Sie werden sich sicherlich erinnern an die Zwillinge Paul und Hansen Höppner, die wir vor knapp anderthalb Jahren hier kennengelernt haben. Die beiden hatten verabredet, endlich mal wieder etwas gemeinsam zu unternehmen. Radfahren nämlich. Eine gemeinsame Tour ins Umland von Berlin bis nach Shanghai, um ganz genau zu sein. 13.600 Kilometer auf dem Rad. Und sie sind nicht nur dort angekommen, sondern auch am Ende bei sich selbst. Allerdings haben sie gemotzt. Sie haben ein wenig gekotzt unterwegs. Ganz am Ende auch ein klein wenig geprotzt, als es dann geschafft war. Und sie schworen sich, Mensch, so eine Wahnsinnstour machen wir beide zusammen irgendwann noch einmal. Und jetzt ist es soweit. Wieder zweisam, aber diesmal ohne Zweirad. Die Höppner-Zwillinge haben sich diesmal Phileas Fogg zum Vorbild genommen, den Romanhelden von Jules Verne. Wie er wollen sie? In 80 Tagen um die Welt. Wir erinnern uns, Phileas Fogg hat ein Startkapital von gut 20.000 Pfund bei sich. Bei den beiden ist es ein bisschen weniger. 20.000 weniger, um ganz genau zu sein. Die Welt für lau in nur 80 Tagen. Das haben sie sich vorgenommen. Stefan Euler mit Teil 1 dieses Abenteuers. Es gibt schon Orte in Europa, die sind richtig zum Kotzen. Und die Menschen erst, die da leben, da darf man sich schon mal aufregen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. So, geil, ihr trampt. Ich fahre in eure Richtung. Ich nehme euch aber nicht mit. Hansen und Paul, zwei Brüder und ein irres Experiment. Kann man einmal um die Welt reisen ohne Geld und das in 80 Tagen? Die zwei werden es in den kommenden Wochen für Stern TV ausprobieren. Eine Werkstatt in Berlin. Letzte Feinarbeit an einem besonderen Gefährt. Ein Reisekoffer mit integriertem Rad. Selbst konstruiert von den gewieften Brüdern, speziell für die Weltreise. Wir haben ein Kofferformat hier genommen, sodass es eigentlich ein ganz normales Aufgabegepäck ist am Flughafen. Also die Maße sind sozusagen an jedem Flugzeug transportierbar. Dazu muss man natürlich das Rad komplett einklappen können. Es ist so, dass auch hier vorne diese Halterungen natürlich ein- und ausfahrbar sind. Und kann man dann auch arretieren. So, dass es letztendlich eben auch schnell beim Trampen an der Straße, wenn man sie angeschnallt hat, in Nullkommanichts ausgehängt ist, zusammengeklappt ist und in jeden Polo reinpasst. Die fahrende Kiste ist mobil und ungeheuer geräumig. Schließlich muss da Krimskrams, Campingzeug und Technik und was auch immer noch alles für 80 Tage reinpassen. Wir haben definitiv nicht gedacht, dass wir es alles in die Anhänger reinkriegen. Aber im Endeffekt hat es auch gepasst. Was sich da auf den ersten Blick nicht findet, ist Kleidung. Wie viel plant man da ein? Das, was wir anhaben, ja. Also es ist eigentlich nicht so viel, was wir mitnehmen. Wir haben, glaube ich, quasi zwei Sets dabei, sodass man eine Unterhose waschen kann, während man die andere trägt. Also das Grüne ist alles, was Sie an Klamotten mitnehmen? Beide? Beide, ja. Aha. Das heißt, eine Unterhose für drei Monate? Ja, eine Unterhose für beide. Wir müssen uns immer teilen. Geschlafen wird günstig und luftig. Das ist unser Hotel. Als Lebensversicherung fungiert ein Glücksbringer der Eltern. Unser Ziel ist es schon immer, lebendig zurückzukommen. Es steht schon ganz groß auf unseren Fahnen drauf. Eines sticht ins Auge. Die Brüder sehen schon sehr gleich aus. Stimmt, sie sind Zwillinge. Aber Paul ist klar zu unterscheiden am Narbenritz. Zudem Paul grüne Kappe, Hansen blaue Kappe. Der Morgengraut, das Abenteuer steht kurz vor dem Start. Kabel sortieren, Akkus laden, Kameras einstellen. Die komplette Reise wird für Stern TV gefilmt. Die ungefähre Route geht so. Los geht's natürlich in Berlin. Dann wollen wir runter nach Lissabon und von Lissabon mit dem Flugzeug nach Toronto. Von Toronto nach Vancouver. Über den Pazifik nach Japan. Von da aus nach Hongkong. Weiter durch Indien bis nach New Delhi. Dann irgendwie nach Kasachstan und über Russland zurück nach Berlin. In 80 Tagen. In 80 Tagen. Finanzieren wollen sie die gesamte Reise auf der Straße durch selbst erarbeitetes Geld oder über Spenden. Ihr schwört steinbein, dass ihr kein Geld mit habt? Ja. Wir haben kein Geld dabei. Ich habe eben nochmal die Taschen entleert extra. Ich hatte noch so ein paar Centstücke und so. Aber jetzt ist alles weg. So brechen zwei Abenteurer um 5 Uhr auf, um die Welt zu umrunden. Von Berlin-Neukölln durch Europa, über Amerika und Asien zurück. Und alles erwirtschaftet etwa über Bierdeckel. Guck mal. So ein Bierdeckel auf den Ring, dann hast du ein Herz da drauf. Die Grundidee ist einfach. Hansen ist gelernter Goldschmied. Aus Metallstücken oder Gegenständen aller Art sollen kleine Schmuckstücke oder Kunstwerke. entstehen, die dann verkauft werden. Was jedoch nicht heißt, dass man Dosenpfand unbeachtet lässt. Die erste Kohle jedoch erbringt ein geknacktes, altes Fahrradschloss. Und da haben wir jetzt ein Teilenschloss. Kannst du uns dafür geben, was du willst? Ich würde euch ein Zehner geben. Perfekt. Das ist das erste Geld. Wow, vielen Dank. Gerne. Wie cool. So kreiert Hansen den Berliner Sternbier-Fahrradkettenring. Nicht schön? Dafür von unschätzbarem, ideellem Wert. Ein weiteres Modell entsteht aus dem Metall eines Sektkorkens. Das weckt schon eher Dameninteresse. Ich kann das mal anfangen, aber passt. Viel Geld kommt im Verkaufsraum am Alex so zwar nicht zusammen, aber die Produkte kann man ja noch verfeinern. Nach etlichen Stunden als alternative Schmuckhändler ziehen die beiden in Sachen Geschäftsidee eine ernüchternde Bilanz. Ich hoffe, dass es besser wird. Wenn es nicht besser wird, ist es ja scheiße. Das ist mal zusammenzufassend. Die Premiere der erste Tag. Er war nicht so wie er hofft. Er war so wie erwartet vielleicht. Ja. Eigentlich auch. Eine Suite als Übernachtung fällt flach. Zum Glück gibt es in Berlin den Tiergarten. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir in den Tagen, wo wir in Deutschland sind, fast 350 Euro pro Tag verdienen müssen. Wir haben heute 56 Euro verdient. Es war die absolute Hölle, eben durch den Supermarkt zu laufen und zu wissen, man sollte so wenig wie möglich ausgeben. Für den Hunger reicht es trotzdem. 2,49 Euro. Vorgeschmack für die nächsten Wochen. Na dann, guten Appetit. Ich muss einfach mal vorwärts kommen, jetzt, weil es ist echt zum Kotzen, dass wir im Tierpark in Berlin schlafen. Also, ich darf nicht schlafen. Nach frühem Aufstehen an Tag 2 gibt es kostenloses Kaffeewasser. Der Plan, Trempen an der Arbus-Raststätte. Die Route soll über Köln führen, aber, ja aber, auf dem Schild stimmt was nicht. Paul hat leider den Fehler gemacht und hat das Ende falsch rum gemalt. Zum Glück ist es ein Whiteboard-Stiften, kein Eddings. Sonst hätte ich ihn jetzt höchstpersönlich am nächsten Laternenmast aufgehängt. Am besten an dem Schild nach Köln hätte ich ihn dann aufgehängt. Trempen in Deutschland, ein zähes Geschäft. Da ein Kölner! Ja, die Kölner. Normal sind ja nett, aber der hier? Scheiße! So vergeht der Tag, ohne dass irgendjemand Erbarmen mit den beiden hätte. Stattdessen werden sie noch veräppelt. Der Fernbus da hinten, den Namen sie eben gezeigt hat, der kurbelte vorhin das Fenster runter und tadaaa, schenkt uns ein Buch. Kein Schwein nimmt sie mit. In dem Tempo werden aus 80 Tagen 800. Wir kriegen hier beide langsam echt richtig die Krise. Am zweiten Tag schon. Nach einer weiteren Nacht im Grünen fluppt es allerdings extrem. Zunächst geht es mit einem Pärchen nach Frankfurt. Und der Gott der Tramper meint es extrem gut an diesem Tag. Zwei Männer mit zwei Riesenkoffern, da ist man normal ja schon mal misstrauisch. Doch Paul und Hansen schaffen es an Tag drei auf einen Rastplatz kurz vor Saarbrücken. Man stellt sich das eigentlich viel idyllischer vor. Schön Trampen, Abenteuer erleben, mit Menschen, am besten mit guten Freunden unterwegs sein. Und mit dem Bruder zusammen das alles erleben und so weiter. Aber die Strapazen und die Herausforderungen, die so täglich auf ihn zukommen, die sind echt auch nervig. Die dritte Nacht hungrig im Wald. Der Versuch, schnell nach Frankreich zu kommen, scheitert. Es geht zunächst nach Saarbrücken rein. Dort wollen die zwei noch etwas Geld mit dem Schmuckverkauf verdienen. Das Ausschlachten einer gefundenen, sie ist wirklich nicht geklaut, Fahrradfelge spült Geld in die Kasse. Für sage und schreibe 10 Euro, da ist er. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es kommt jetzt direkt in die Kasse, damit sind wir bei 85 Euro. Und bald darauf sind sie auch schon in Frankreich. Schnell geht es Richtung Lyon, dann nach Montpellier. Und es gilt, den nächtlichen Reiz französischer Raststätten zu genießen. Eine erste Erfahrungsbilanz. Auf dieser Tour kann man nur erfolgreich sein, wenn man alle Vorurteile vergisst und nochmal neutral die Menschen bewertet. Mücken werden weiterhin nicht neutral bewertet. Tag 6. Nach dem Kaffeetrinken mit Erdnussbutterbrot geht der normale Job des Hobos los, Leute anquatschen. Da die beiden nach erfolglosen Stunden ungeduldig werden, ein Ortswechsel. Dazu nötig Sprinten auf der Autobahn. Lebensgefährlich. Wir machen es einfach trotzdem mal. Wir müssen auf die andere Seite kommen, um die Leute abzufangen, die zur Autobahn fahren. Frankreich bleibt gefährlich, denn Gefahr lauert für die zwei auch woanders. Wir sind ja gerade von Julie mitgenommen worden und sie hat einen ziemlichen Bleifuß, muss ich sagen. Fährt sehr schnell, aber das hat sie eben gefragt, ob es in Ordnung ist und man kann es ja nicht ändern. I just said you like to drive fast. Ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich seit langem bei niemandem mehr mitgefahren bin, der so bin, der so schlecht und trotzdem so schnell und unvorsichtig fährt. Die ist ein paar Mal auf der Autobahn beinahe einem hinten draufgerappelt. Ein paar Mal, innerhalb von einer halben Stunde oder zwei Stunden, die wir zu der Weg fahren. Weil sie sowohl rauchend als auch essend und auch gleichzeitig noch mit einem Stift auf dem Lenkrad schreibend. Wirkt da auch irgendwie so hyperaktiv. Ja, mega krass. Wirkt so, als ob sie es super eilig hätte, aber ich weiß gar nicht, ob sie es eilig hatte. Junge, Junge, Junge. Ey, war das ein Ritt. Aber immerhin sind wir weitergekommen, Mansen. Und weiter geht es nach Spanien, bei Trampern als Horrorschwierig verschrieben. Tag 9 bringt eine glückliche Fügung, denn ein deutscher Gutmensch lädt die Weltreisenden in seinen Transporter. So, wir sind an Bord von Ronny, Ronnys Vehikel. Ronny transportiert für ein Tierheim Sachen nach Malaga. Ronny findet die Reiseidee cool und kutschiert die Abenteurer bei Bullenhitze. Hunderte von Kilometern in Richtung Lissabon, dem Endziel in Europa. Dort wollen die Höppners dann endlich richtig Geld verdienen. Dann machen wir das mal. Vorbei an Benidorm geht es durch die schneebedeckte Sierra Nevada in eine Pension nahe Sevilla. Die Klamotten riechen streng, es wird gewaschen. Also einfach Wäsche in die Badewanne, 40 Grad warmes Wasser rein, Shampoo drauf und dann eine Viertelstunde drauf rumlaufen. Das Patent für diese Waschmaschine ist leider vergeben. Ein Patent für Wohltätigkeit hat sich Ronny verdient. 60 Euro hat er für das Zimmer spendiert. Solche Mitfahrer brauchen wir öfters mit Fahrgelegenheiten. Echt ein herzensguter Mensch. Es ist Tag 11. Es ist ein schlechter Tag. Noch sind es 450 Kilometer bis zum ersten Ziel Lissabon. Und die beiden stecken in Sevilla fest. Es ist wirklich wie verhext. Die Leute schauen uns beim Arsch nicht an. Ich weiß nicht, was los ist. Bei etwa 40 Grad zu Trampen ist Humor frei. Und Trampe an sich haben in Spanien offensichtlich schlechte Karten. Jedenfalls verliert Paul kurz mal die Toleranz. Ist bei den Spaniern einfach das Auto auf der Privatsphäre-Skala ähnlich eingestuft wie das eigene Bett. Und wenn in Deutschland mich irgendein Wildfremder fragen würde, darf ich in deinem Bett schlafen, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nein. Hansen hofft, dass sie ihn nicht für eine Nutte halten. Das passiert nicht. Allerdings passiert auch sonst nichts. Gar nichts. Nach einem richtig krass erfolglosen Tag, der quasi schlimmer war als alle anderen Tage jemals zuvor, haben wir gesagt, wir machen jetzt das Allerbeste draus und gönnen uns einen richtigen Luxus. Kartoffelchips und Bier weisen ein gewaltiges Loch in den Reiseetat. 4,65 Euro. Reiner Luxus. Vom restlichen Geld buchen die Brüder eine Mitfahrgelegenheit online. Weitere 46 Euro sind weg. Dafür juckeln die Weltreisenden am nächsten Morgen mit einem Bus nach Portugal. Beide haben die Schnauze voll vom Daumen raus und sind nun fast blank. Auf der Habenseite nach der ersten Pflichtroute nach Lissabon stehen nur noch 8,13 Euro. Und klar ist auch, Kohle verdienen in Lissabon wird schwer. Das ist auch geil. Für die Flüge nach Toronto müssen sie auf der Straße 700 Euro erarbeiten. Ob das geht, bei dieser Konkurrenz, wir werden sehen. Wir verfolgen die Tour natürlich hier in den kommenden Wochen. Und wenn Sie mehr Bilder anschauen wollen von den Zwillingen auf Reisen, dann auf stern.tv.de. Vielen Dank. In 80 Tagen um die Welt, das war schon eine ganz schön großmäulige Ansage, damals vor 142 Jahren, als Jules Verne über diese Geschichte berichtete, denn, wir rechnen mal Moritz zusammen vielleicht, 40.000 Kilometer um die Erde, Luftlinie in 80 Tagen macht ja eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von... Ja, das musst du jetzt sagen. Ich habe es im Stillen ausgerechnet. 21 kmh. Non-stop Luftlinie. Und an Fliegen war zu Jules Verne's Zeiten ja noch gar nicht zu denken. Und deshalb ist auch das Projekt der Zwillinge Paul und Hansen Höppner nicht minder großmäulig, denn sie boten an, die gleiche Wette heutzutage nochmal zu wiederholen. In 80 Tagen um die Welt, aber mit einem Reiseetat von exakt 0 Euro. Also einfach mal losfliegen war in diesem Fall auch nicht. Wer vor drei Wochen zugeschaut hat, beim ersten Teil unserer Berichterstattung, schon für den ersten Katzensprung nach Lissabon, haben die beiden zwölf Tage verschlungen und ein Großteil ihres Nervenkostüms, wie Stefan Euler in Teil 2 zeigt. Geschwister kennen das. Der Bruder ist doof, Kohle weg, der Weg umsonst, die Stimmung am Siedepunkt. Und es ist einkaufen gegangen, vier Kilometer zu irgendeinem scheiß Supermarkt gelatscht und verliert alles Geld auf dem Weg, 20 Euro. Was er mitgenommen hatte, kann den Einkauf nicht machen, darf die vier Kilometer zurücklatschen, 20 Euro sind weg und er darf danach wieder hinlatschen. Das ist der halbe Tag rum, das ist ein scheiß Einkauf gemacht. Hansen hat die Kohle verloren, Paul gemeckert. Die Höppner-Zwillinge auf Tour, die beiden Berliner wagen ein extremes Experiment. Ist es möglich, in 80 Tagen um die Welt zu reisen und alles ohne Geld? Ihr Wagnis haben sie filmisch dokumentiert. Nach zwei Wochen sind die Zwillinge in Lissabon angekommen. Hier wollen sie Geld für die Kanada-Tickets verdienen. Hansen ist Kunstschmied und macht aus diversen Metallresten Schmuck. An einem Touri-Ort wie Lissabon funktioniert das recht gut. Ölfrei ist es. Wir haben es in Spiritus in feinster Arbeit mit der zweiten Zahnbürste, die wir bei hatten, sauber gemacht. Jetzt haben wir gerade nur noch eine Zahnbürste. Hier in Lissabon zu leben, muss echt ein absoluter Traum sein. Wenn man die Sprache spricht, die Locals ein bisschen kennt, es gibt, glaube ich, keine Stadt, in der fremden Touristen, also keine Stadt, die ich kenne, in der fremden Touristen so unvoreingenommen begegnet wird. Und eben noch nicht mal so, dass man das Gefühl hat, die Leute haben es satt, dass hier die Touristen herkommen, sondern man ist einfach wirklich immer willkommen. Auch wettermäßig ist Lissabon sympathisch. Man schläft hier sehr gut draußen, vorausgesetzt man findet ein Fleckchen. Das ist ja perfekt, oder? Jetzt haben wir hier so eine Ecke gefunden. Da oben ist eigentlich ganz okay, ist ein bisschen so eine Müllecke. Aber wenn man das Zeug da wegräumt, dann geht das. Und außerdem ist es wenigstens keine Pissecke, weil man muss nämlich hier über so eine Mauer hochklettern. 1a die Ecke, bisschen fegen, dann geht's. Hotels und Pensionen kosten Geld, was die beiden partout sparen wollen. Warum auch zahlen? Balkone gibt es weltweit umsonst. Und auch beim Essen wird geknausert. Als kulinarisches Traumfrühstück erweist sich etwa Brot mit Butter und Tomatenmark. Portugiesische Nächte sind meist erholsam. Und wie hat der Herr geschlafen? Vorwärts. Neben einem Kondom. Für mich heißt Abenteuer einfach das Gegenteil von Stillstand. Stillstand ist, wenn man sich in der Komfortzone befindet und sich nichts mehr ändert. Weil ja eigentlich alles gut ist. Aber das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht das Maximum, was man aus dem Leben machen kann. Sicher könnten sie so Jahre in Lissabon verbringen, aber zurück zum Experiment. 80 Tage ohne Geld, die Zeit läuft. Dusche und Handwäsche im Hotel geschnorrt und ab auf die Straße. Denn es fehlt noch Geld für den Kanada-Flug. Die steht dir echt gut, muss ich sagen, oder? 10! You take the chance! Thank you very much! Irgendwann ist der letzte Groschen in die Kasse gefallen. Das Geld für Toronto ist beisammen. Nachteil, über drei Wochen haben die beiden dafür gebraucht. 50, 692, 18. Und jetzt geht's auf zum Flughafen. Spannung steigt. In vier Stunden geht unser Flug. Per Bahn zum Airport Bewährungsprobe für den Rollkoffer-Selbstbau. Wir haben hier gerade unsere Koffer abflugfertig gemacht. Wir sind jetzt in einem Format, genau 157 Zentimeter Kantenlänge. Also das Maximum raus, ausgereizt. So sind bald die selbstgebauten Koffer nebst Erfindern an Bord eines 490 Euro teuren Transatlantik-Fluges. Acht Stunden beträgt die Flugdauer ins kanadische Kernland nach Toronto. Acht lange, lange Stunden Flug, die man sich durchaus fröhlich wie angenehm gestalten kann. Badeband. Oh, komm her. Yes. Amerika-Reisende kennen das. Grenzbeamte sind ohne jede Freude. Wir sind in Kanada angekommen, aber Hansen ist jetzt irgendwie noch bei der Border Control im Interview gelandet. Logischer Test. Echt? Ja. 4.500 Kilometer sind es nun bis Vancouver. Heute werden wir uns an die Autobahn stellen und nach Norden trampen, ungefähr 200, 300 Kilometer nach Norden. Und da kommen wir dann auf die Trans-Canadian. Also wunderschöne Strecke und da freue ich mich so tierisch drauf. Kanada scheint ein Traumland für Tramper. Ruckzuck sitzen die beiden bei Dave und Colleen im Auto, einem alten Abenteurerpärchen. Die glühen für die Höppner Idee. Der Einladung nach Hause folgt so etwas wie ein Lottogewinn, ein Job. Die Terrasse ist marode, die Weltenbummler sind engagiert, Übernachtung inklusive. So, das sind die beiden bescheidenen Zimmer, in denen wir untergebracht worden sind. Das ist Pauls Zimmer. In so einem eigenen Badezimmer. Unverhoffter Luxus und ein perfekter Start im gelobten Land. Doch können die Höppners überhaupt mit Holz umgehen? Es ist das Beste, was uns hätte passieren können. Also erstens mal sind wir genau in unsere Richtung mitgenommen worden. Zweitens haben wir ein Dach über dem Kopf, wir bekommen Essen. Und wir verdienen noch Geld für den Flug und haben eine richtig geile Arbeit. Nämlich wirklich Zimmermannsarbeit. Dann Schuhe an und ans Gerät. Einige Werktage liegen vor den beiden. Erst wird zerstört. So langsam wird's. Nach dem Abriss, ermüdende Sache, wird mit neuem Holz langsam alles wieder aufgebaut. Und das mit großem Geschick. Meistens. Tausende Schrauben später ist das Kunstwerk fertig. und holen. Kannst du mal aufhören, toll, damit man den Ton aufrennen kann? Paul, bitte. Er fährt jetzt zur Bank und meinte so, wenn wir morgen hier noch arbeiten würden, weil's noch ein paar Sachen zu tun gibt, dann würde er uns 1400 kanadische Dollar bezahlen, das ist ganz genau eigentlich der Flug von Vancouver nach Tokio. Und damit sind wir auf jeden Fall schon mal über alle wichtigen Meere rüber. Vier glückliche Menschen, zwei mit einem neuen Balkon und zwei mit einem fetten Konto. Doch kein Zug, kein Bus, Eisern wird gespart und deshalb getrampt. Die Höppners leben weiter auf der Straße und weiter von Fast-Food. Okay, Essen ist fertig, Essen ist fertig. Kanada ist wirklich ein so geiles Land. Ich hab so das Gefühl, dass die Leute hier so eine stille Übereinkunft haben, sich gegenseitig zu helfen. Und dass das so eine Art Kettenreaktion ist, dass nämlich jeder sagt, das Land ist so geil, weil wir diesen Schatz haben, weil wir diese Hilfe haben und dieses Vertrauen gegeneinander haben, keiner klaut da was, niemand. Ja, außerdem, wenn man etwas klaut, ist auch nicht so gut. Tagelang hangeln sich die Weltreisenden von Wiese zu Wiese, von Kurzstrecke zu Kurzstrecke. Weit über 20.000 Kilometer sind es Luftlinie, noch bis zum Ziel Berlin. Ein Weg über endlose Straßen, auf dem endlosen Regen. Und wieder mal küsst die Höppners auf der Strecke nach Vancouver das Glück. Unser Mitfahrgelegenheit hat, Jeff heißt er, hat das Nummernschild Awesome. Und genau das ist es auch, weil der nimmt uns echt mehrere tausend Kilometer mit. Tausende Kilometer durch Nordamerika und überall ist das Klischee lebendig. Also es ist nicht nur so, dass wir in diesem Land hier irgendwie gut Geld verdienen, sondern wir kommen gleichzeitig auch noch gut voran. Das ist echt ein absoluter Traum für unser Projekt. Das ist schon fast so easy, dass ich sagen muss, da muss mal wieder ein bisschen Spannung rein. Die Spannung kommt schnell und heißt Paul. Paul erzählt, er sei Hells Angel. Doch dieser Höllenengel ist im weiteren Verlauf kein fieser Mensch. Der Mann ist super nett zu den Höppners und lädt die zwei sogar ein, bei ihm zu übernachten. Wenn man seine Chancen erhöhen will, das Ganze zu schaffen, dann muss man in jedem Menschen, der irgendwie einem begegnet ist, das Potenzial sehen, unabhängig davon, wie er aussieht, wie er gekleidet ist oder vielleicht auch, wie er im ersten Moment sogar wirkt. Pauls Einladung zum Relaxen bei ihm wird angenommen. Nur 400 Kilometer vom Ziel Vancouver entfernt. Die Höppners beziehen ein paar Stunden später in der Stadt Kelowna ein spartanisches Quartier. Also wir sind hier in so einem kleinen, eigentlich in einem reichen Viertel. Wenn man sich hier mal umschaut, das ist wie so ein Paradies in Miami oder Florida. Also er ist so ein richtiger Rocker, da steht seine Höllenmaschine. Das einzige Problem der Höllenmaschine, die springt zur Hölle nicht an. Vielleicht der Sprit? Nichts zu machen. An anderer Stelle mangelt es nicht an Sprit. Der reicht für eine veritable Feier. Und da Paul einiges an Erfahrung im Feierbereich hat, wird es ein sehr langer Abend. Wir haben gestern Abend auf jeden Fall einen über den Durst getrunken. Heute Morgen aber trotzdem um halb acht aufgestanden und so ein paar Sachen repariert. Ich glaube, wir haben einen Einbrecher. Die Brüder installieren hier was und da was und werden belohnt. Paul hat noch eine Höllenmaschine. Der Spaßtag ist eigentlich nicht so wirklich drin. Also wenn man versucht, es in 80 Tagen die Welt zu schaffen, dann muss man es in 80 Tagen schaffen. Wir mussten eigentlich mal an der Straße stehen und trennen. Denn von den 80 Tagen ist fast die Hälfte weg. Und dann stehen sie auch wieder da, mitten in der kanadischen Pampa, mitten im pfeifenden Wind. Die letzte Nordamerika-Etappe. Nach einer Zeltnacht im Gras, ein letztes Mal den Daumen benutzt, endlich ist die Westküste erreicht. Vancouver gilt als schönste Stadt Kanadas mit enormem Freizeitwert. Vor allem der Pazifik mit seinen Stränden lockt die Einwohner. Davon haben auch die Zwillinge gehört. So, wir sind angekommen in Vancouver am Pazifik. Ich koche uns gerade mal ein bisschen Reis. Zum gefühlt hundertsten Mal gibt es Reis, Mais, Thunfischtopf. Da nähert sich eine urige Gestalt. Ein Körper auch vom Bier geformt. Der quasselnde Mann hat ein absolutes Lieblingswort. Nein, fucking ist der Tag nicht. Jetzt haben wir ein Jobangebot von Kai gekriegt. Wir können morgen von 8 Uhr morgens, 6 Stunden lang für ihn arbeiten, kriegen jeder 20 Dollar die Stunde. Das heißt, das sind insgesamt fast nochmal 300 Dollar. Ob dieses selige Bierversprechen wirklich stimmt und ob die Höppners als Möbelpacker was taugen, wir werden es sehen demnächst. Wir bleiben dabei und mehr Bilder von dieser wirklich irren Reise können Sie einstweilen erstmal auf stern.tv.de betrachten. Falls Sie gerade reinschalten, willkommen, bleiben Sie einfach bei uns. Ja, zwei Brüder sitzen als Mitfahrer im selben Auto und fahren mit 140 Stundenkilometer aus Berlin raus und gleichzeitig auf Berlin zu. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Science Fiction, nach Zeitmaschine, nach Metaphysik, aber die Lösung ist viel einfacher. Denn Paul und Hansen Höppner, die beiden Zwillinge, haben Berlin, ich zeige Ihnen das mal, in die eine Richtung verlassen, um gleichzeitig aus der anderen Richtung wieder darauf zuzufahren. Auf dem wohl längsten Umweg der Welt, wie Sie das nennen, in 80 Tagen nämlich einmal um die Welt. Diese Aufgabe hatten sich die beiden gestellt, allerdings auch mit dem kleinsten Reisebudget der Welt, nämlich mit gar nichts. Aber siehe da, in den ersten beiden Teilen unseres Reiseberichts haben es die beiden Zwillinge immerhin schon bis Kanada geschafft, dank Gelegenheitsjobs, dank ausdauernder Daumen und kostengünstiger Übernachtung im Zelt. Allerdings sind die ersten 40 Tage auch schon rum. Und es zeigt sich, diese Weltreise, die kostet doch ganz schön. Und zwar Nerven. Stefan Euler hat Paul und Hansen ein weiteres Mal beim Austicken beobachtet, in Teil 3 unseres Reiseberichts. Dicke Luft, die Welt liegt in Trümmern, der Globus zerdeppert in zwei Teile, weil einer der Höppners zum Wüterich wurde. Einfach mal, der Typ muss einfach mal lernen, seine Fehler zu akzeptieren. Und wenn man ihm die dann auf die Nase bindet, was vielleicht nicht so die feine Art von mir war. Du hast nur noch während ich durchgedreht bin gesagt, Paul, du bist so ein voll Idiot. Ich bin einfach auch tierisch genervt, für diesen Scheißtag. Fuck, so kann das nicht weitergehen. Zwei Zornige am Rande des Wahnsinns. Die Zwillinge Hansen und Paul Höppner auf Tour. Die Berliner wagen ein extremes Experiment. Ist es möglich, in 80 Tagen um die Welt zu reisen und alles ohne Geld? Ihr Wagnis haben sie filmisch dokumentiert. Vancouver. Bierpause mit einem urigen Kanadier. Das Anstoßen mit Zufallsbekanntschaft Kyle erweist sich als kleines Glück. Jetzt haben wir ein Jobangebot von Kyle gekriegt. Wir können morgen von 8 Uhr morgens 6 Stunden lang für ihn arbeiten. Der nächste Morgen warten auf Möbelpacker Kyle und den 300-Dollar-Job. Da ist er. Pünktlich ist der Mann schon mal. Ob er auch zuverlässig zahlt? Jedenfalls tragen und schieben, schwitzen und stöhnen die beiden dann schnell unter der Last von Anwaltsmobiliar. Eigentlich bräuchten sie einen Anwalt. Wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Gerade eben zum Beispiel ist er über irgendeine krasse Schwelle rübergefahren. Wenn ich da gesessen hätte, da bricht es dir echt die Wirbelsäule, wenn es so ungefedert ist. Kyle sagt, er will den Lohn überweisen. Da ihre Tokio-Tickets schon bezahlt sind, ein warmer Regen. Doch erst tragen, schieben, schwitzen und stöhnen. Es ist heute Halbzeit und morgen Abend bzw. morgen Nacht werden wir in Japan sein. An Tag 41 setzen die Höppners dann zum Sprung über den Teich an. Per Bahn geht es zum Airport von Vancouver, die Kofferwagen sind gewickelt, die Brüder in Hetze. So, in zwei Minuten ist Boarding. Das war wieder alles auf dem allerletzten Drücker. Das ist eine absolute Punktlandung, oder? Die Nordamerika-Etappe ist gefinisht. Asien liegt vor ihnen. Das erste Ziel dort ist Japan. Tokio muss aber dabei sein. Das ist so eine krasse Stadt, die, wie ich mal gesehen habe, 30 Millionen leben da, auf kleinstem Raum. Die Flugzeit nach Japan beträgt neun Stunden. Knapp 8000 Kilometer sind es. Und wenn man ankommt, ist man erstmal irritiert. Ob am Flughafen oder am Bahnhof, man versteht nur Bahnhof. Was auffällt? Alles ist geordnet und eng. Hast du gesehen, die letzte Frau ist rückwärts reingegangen, weil sie sich dann wahrscheinlich nicht mehr hätte umdrehen können. Die Metropolregion Tokio ist fast so groß wie Schleswig-Holstein, aber komplett zugebaut. 37 Millionen Einwohner. Ein Gewimmel aus Straßen, Schienen, Tunneln, Menschen. Das Einzige, was offensichtlich fehlt, ein Supermarkt. Oh Mann, ey. Wir versuchen jetzt gerade irgendwie seit heute Morgen endlich mal was zu essen zu kriegen. Wir haben jetzt elf, wir sind um halb sechs aufgestanden und unendlich gegessen. Aber da vorne sieht es fast so aus, ob es irgendwas geben würde. Ja, da gibt es was. Aber was genau? An Europäer hat hier niemand gedacht. Wenn wir das Problem haben, dass wir nicht wissen, was es ist, ist unsere Einkaufsart hier sehr haptisch. Einfach zwei von dem für 99 Cent. Speckwürfel, oder wie? Wasser. 75, 79. Katzenfutter wäre auch noch ne Idee. Super billig. Und das Ding hast du jetzt genommen, ne? Ja, aber das sieht halt, weißt du, was, das sieht mehr so aus, als ob es ein Kochen wäre, weil es ein Spiegelei ist, also wie Margarine. Das hier, ey. Das hier wiederum ist auf dem Toast, ist ja auf dem Brot aufgestrichen, aber ich glaube, das ist light. Ich nehme jetzt einfach, ich würde sagen, das mit Butterflavor, weil da steht wenigstens drauf, dass es nach Butter schmecken soll. Nachteil hier, jedes Reiskorn kostet Unsummen. Wir haben jetzt eigentlich für umgerechnet fünf Euro eine halbe Packung Weißbrot geholt. Das ist so teuer hier in Tokio, dass wir jetzt gerade echt überlegen, ob wir einfach Leine ziehen, auch wenn wir hier eigentlich nur ein paar Stunden hier sind. Tja, was tun. Dazu kommt, die Höppner sind finanziell richtig klamm. Angewiesen auf eine 300-Dollar-Überweisung aus Kanada von Umzugsunternehmer Kyle. Hallo Kyle, ist alles okay bei dir? Wir fragen uns, ob du Gelegenheit hattest, das Geld zu überweisen. Japan ist teuer und uns geht das Geld aus. Geld auf der Straße machen in Japan extrem schwer. Wie soll man eine Reiseidee erklären, wenn einen niemand versteht? Zwei Obdachlose, kurz vor der Verzweiflung. Es passt einfach nicht mehr. Wir sagen einfach Scheiß drauf. Wir betteln jetzt einfach. Kann man auch machen. Doch schwupps ist es da, das Glück. Es spielt Roger an, einen Kanadier, der 48 Stunden durchgefeiert hat. Angeheitert und aufgedreht will er die Höppners erstmal verkuppeln. Da habe ich gerade echt gar keinen Nerv zu. Der überredet die zu etwas, was sie nicht wollen. Das Damenangebot wird abgelehnt. Die Essenseinladung angenommen. Roger mutiert zum Dukaten-Esel. Straßenbekanntschaft Roger schleppt die beiden zu einem typischen japanischen Imbiss. Und Roger hat auch nach 48 Stunden Zecherei noch enorme Kraftreserven. Ein Bier geht noch. Und noch ein Bier geht. Roger hat seine Trinkpartner gefunden und sein gutes Herz entdeckt. Er sponsert die Höppners weiter. Nochmal tausend. I'm not trying to be the big man. I know, I know. Right now you are. See you later. Irgendwann geht Roger dann zu einem Meeting und die Höppners bierselig ins Zelt. Vögel soll es geben im Park. Am Schlafplatz tut sich ganz früh ganz Merkwürdiges. Die Japaner sind auf jeden Fall auch ein sehr tüchtiges Völkchen, muss man sagen. Die meisten Leute laufen hier einfach nur in den Kreis. Überraschend finde ich, dass sie alle wirklich in eine Richtung laufen. Es gibt keinen, der in eine Richtung läuft. Manche Leute rennen klatschend durch die Gegend. Andere Leute halten die Arme hoch beim Laufen. Andere Leute schwingen mit einem Stock. Hier vorne spielt einer die ganze Zeit Gitarre. Tag 46 von geplanten 80 läuft. Höppners brauchen Kohle, aber Sintfluten verhindern die Arbeit. Japan, Regenzeit, hallo. Woher sollen wir denn? Ich will, dass hier jetzt Regenzeit ist. Wieso sagt uns das denn keiner vor der Reise? Ja, Mama, Papa. Wieso sagt ihr uns sowas nicht? Ich finde das irgendwie scheiße von euch. Unter der Tokio-Version des Eiffelturms wird die Schmuckfabrik Höppner beauftragt, ein Japan-taugliches Sortiment zu entwickeln. Eine großartige Idee entsteht. Man muss den Metallkram nur richtig präsentieren. Dann flutscht es mit dem Umsatz. Also Paul hat hier noch eine Special-Sache vorbereitet für uns. Ja, das ist für dich, mein Freund. Sehr special. Ich mache einen Special-Sachen für dich. Schau, wenn du möchtest. Das ist nicht oben, Paul. Die Idee funktioniert nicht so gut irgendwie, ne? Nee. Funktioniert nicht gut. Aber vielleicht live im Einsatz? Wenn Paul damit Erfolg hat, dann... Leider scheitert dieser Verkauf. Dämlich sind Ferrari-Fahrer ja nicht. Ich habe jetzt in die Scheibe geklopft und dann so. Doch dann flutscht es ein wenig besser. Nicht wirklich zum Reich werden, eher auf Flaschensammlerniveau. Aber zumindest lernen die Zwillinge die Amüsierecken Tokios kennen. Ich würde sagen, wir sind endlich mal hier angekommen in Tokio. Zwecks Überzeugungsarbeit wird mit Kunden auch mal einer gezwitschert. Oder zwei. Wir haben den Spender jetzt mal anonymisiert. Umgerechnet 80 Euro hat er bezahlt. Wir sind ziemlich betrunken und wir fahren jetzt Richtung Park. Fans sind auch immer dabei. Das ist korrekt, oder? 80 Days. Ich schreibe mich immer, wann der Moment kommt, indem wir mal überfallen werden oder ausgeraubt oder indem unser Vertrauen zum Verhängnis wird. Auch an diesem Abend haben sie ihre Ruhe. Dafür quält beide eine Frage. Wird Kyle das für den Weiterflug nach Hongkong fehlende Geld überweisen? Die Höppners sparen. Lecker Abendessen geht so. Reis mit Reis und Reis. Hallo Kyle, hier ist Paul. Einer der beiden Zwillinge, die für dich gearbeitet haben. Wir würden gerne wissen, wann wir das Geld erwarten können. Wir brauchen das Geld schnell. Bitte ruf mich an, wann wir das Geld erwarten dürfen. Tschüss. Verarscht oder nicht verarscht? Diese kleine Frage ist entscheidend dafür, wie es weitergeht und vor allem, ob es weitergeht. Pleite zu sein in Tokio ist nicht lustig. Auflösung demnächst. Irre Typen, deren Fotos Sie übrigens betrachten können. Auf stern.tv.de gibt es mehr Bilder dieser Reise und dann demnächst hier den nächsten Teil. Wer sich im Internet auf Flirtportalen umtut, der muss... Wenn man das Reisebudget reduziert, sagen wir mal auf gar nichts. Die Zwillinge Paul und Hansen Höppner, die haben genau das probiert und wir erzählen seit Wochen ihre Geschichte. Angefangen hat es in Berlin. Mit eigener Schmuckkreation läppern sie sich Geld zusammen und trampen zunächst quer durch Europa. Die Gefahr als Begleiter. Junge, 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 ey, war das ein Ritz. Aber immerhin sind wir weitergekommen. Nach zwei Wochen erreichen sie Lissabon. Es folgen zehn Tage Geld verdienen, dann der Sprung über den großen Teich. In Toronto heuern sie als Zimmermänner an mit Geschick. Langsam wird's. Lohn, 1400 Dollar. Weiter geht's durch Kanada bis Vancouver. Auch hier jobben sie. Als Möbelpacker fliegen dann nach Tokio. Zehntausend. Ein verrückter Kanadier verhilft zum Weiterflug nach Hongkong. Dort Riesenbruderknatsch. Fuck, so kann das nicht weitergehen. Und doch geht es weiter. Sie machen Geld im Amüsierviertel und besteigen schließlich an Tag 57 einen Zug nach China. Und da wurde es dann abenteuerlich, wie Stefan Euler erzählt. Schüsse in einem Park in China. Hansen und Paul in Angst. Wer ballert da rum? Also es lief so ab, dass erst ein Auto da stand, dann saß einer, der geraucht hat. Dann kam das andere Auto dazu. Dann ging der Kofferraum auf. Immer so irgendwas auf Chinesisch gelabert. Dann hörte man diese Waffe, wie sie geladen wurde. Und dann hörte man, wie sie jemanden abgefeuert hat und dabei dreckig gelacht hat. Da darf man schon mal nervös sein. Nicht alles ist also lustig auf der Welttour von Hansen und Paul. Die Zwillinge bei einem extremen Experiment. Kann man in 80 Tagen um die Welt reisen, von Berlin nach Berlin, ohne jedes Startkapital? Ihr Wagnis haben sie filmisch dokumentiert. Nach 26 Stunden Fahrt sind die Höppners kurz vor der Stadt Kunming. Es blitzt und kracht wie beim Weltuntergang, zur kleinen Freude von Paul. Ich finde ja so ein bisschen Katastrophe immer ganz geil, muss ich sagen. Geil, auch die Tafeln im Bahnhof Kunming. Ich verstehe Bahnhof, aber es wird schon das richtige Rui Li sein, hoffe ich. Per Bus geht es nach Rui Li an der Grenze zu Myanmar, von dort aus nach Indien. Also guckt ihr mal, wie abgeranzt der ist. Abgeranzt ja, aber wenigstens kann man sich mal lang machen. Das Wort dafür heißt Komfort. So, wir sitzen im Sleeper-Bus nach Rui Li. Auf jeden Fall werden wir jetzt immer schlafen gehen, weil wir vorhaben, heute Nacht, wenn wir da ankommen, direkt durchzulaufen und über die Grenze zu gehen. Tief in der Nacht hat zwar noch ein Geschäft offen, aber nicht die Grenze. Wir haben noch keinen Schlafplatz hier, es ist irgendwie halb zwei Uhr nachts, irgendwo in Rui Li. Fremde Kulturen, fremde Städte, kritisches Terrain. Unsere beiden Weltreisenden haben indes große Erfahrung darin, einen überfallsicheren Schlafplatz zu finden. So, wir bauen jetzt hier auf dem Kreisverkehr unser Zelt auf. So ein Drecksloch, aber es ist besser als kein Schlafplatz und außerdem haben wir hier wenigstens unsere Ruhe wahrscheinlich, weil hier wird uns kein Schwein stören. Schweine sind dann tatsächlich gar keine zu sehen, aber Moskitos interessieren sich sehr für die Körpersäfte der Gäste. Guck mal. Gute Nacht. Das ist der Kreisverkehr, in dem wir heute Nacht geschlafen haben. Ich zoome mal rein. Da ist er sich versteckt. Das Reh Paul. Jetzt hat es genug. Denn das Reh möchte schnell nach Myanmar über die Grenze schleichen. Nur die Grenze muss man erst mal finden. Auf dem Weg zur Grenze. Haben Sie schon ein Stückchen vorgelaufen? Hier scheint wirklich kein Schwein zu sein. Also es sieht alles nach Grenze aus. Da steht so was von China Customs. Also wir sind jetzt einfach mal durchgelaufen. Dann taucht tatsächlich noch ein echter Grenzposten auf. Jeder weiß, Grenzer verstehen keinen Spaß. Hier dürfen wir leider nicht mehr fehlen. Zu gefährlich. Zwei Frustbollen sitzen kurz darauf immer noch in China abgewiesen. Myanmar fordert ein neues Einreise-Permit. Das Permit dauert sieben Tage, um es zu beantragen ab heute. Oder fünf Tage ungefähr. Das heißt, wir müssen insgesamt sieben Tage hier in China warten, bis wir das Permit kriegen. Oder wir müssen... Es sind 80 Tagen zu schaffen, nun nahezu unmöglich. Jetzt sind wir hier in der Falle. Komm nicht mehr weg. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich kein Chinesisch spreche. Reden ist manchmal ein Problem. Und an diesem Abend wird auch Schlafen zu einem extremen Problem. Als sie ihr Lager aufschlagen wollen, geht plötzlich Merkwürdiges vor sich. Jetzt kommt er zurück, oder wie? Also vielleicht ganz kurz für die Kamera zum Zusammenfassen, was bisher passiert ist. Wir sitzen hier gerade beide und da findet irgendeine Art Übergabe statt. Ich habe das erste Mal wirklich mal wegen, glaube ich, noch einen Schock gekriegt, bis es in die Fingerspitzen ging. Ich habe gerade noch der Paul gemeint, so, ich will jetzt keine Angst machen. Aber es hört sich an, als ob da jemand eine Waffe durchlädt. Und im nächsten Moment wird es ping, 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 ping. Das hört sich an wie so eine schallgedämpfte Waffe. Jetzt reicht es aber noch. Also es ist schon ein ordentlicher Fetz. Sie wissen jetzt, dass wir hier sind. Was machen wir, wenn die jetzt rüberkommen? Die kommen aber ganz schnell weg, würde ich sagen. Nach bangen Minuten geht zum Glück eine Stirnlampe an. Ja, wir leben noch. Die Jungs sind wieder abgedüst jetzt. In China geht es auch ruhiger. Vor allem morgens, da fuchtelt die ältere Generation mit den Armen. Und interessiert sich für den Kartoffelfraß der Höppners. Für die wird es nun ernst. Der Wettlauf mit der Zeit geht weiter. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Autobahnauffahrt. Und von da werden wir dann Trampen. Erst versucht sich Paul am Reiseziel. Hättest du es einfach so gelassen, Alter. Dann kommt eine Schreibhilfe. Zügig kommen die beiden vom ersten Rastplatz weg. Der Weg nach Bangkok führt durch Laos. Trampen in China wird für die Zwillinge zu einer Überraschung. Nie stehen sie lange. Chinesen sind in dieser Beziehung überraschenderweise sehr hilfsbereit. Tschüssi. Tschüssi. Es geht anscheinend auf jeden Fall super easy, in China zu trampen. Arme wie Reiche nehmen die Brüder mit. Es ist unglaublich nett. Ich bin total überwältigt. Heute wurde uns mal wieder gezeigt, wie China auch kann. Also richtig, richtig geil. Und dieses Auto ist wirklich der absolute Hammer. Ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwie Sängerin oder irgendwas ist. Irgendwann so ein Star in China. Und sie hat entschieden, dass wir mitfahren, nicht er. Überall, wo die beiden rasten, sind sie ein gern gesehener Unterhaltungsfaktor im gemächlichen Leben. Vor allem die Anhänger-Marke Eigenbau sind für Einheimische immer ein Foto wert. Weiter geht es durch den Südwesten. Da wird auf den stundenlangen Fahrten mal geschmust. Und man wird bestaunt, denn wohin wollen die beiden Weißen überhaupt? Egal, die Chinesen nehmen es mit lateinischer Schrift auch nicht genau. Dann wird es brenzlig. Polizei, ist die Reise nun vorbei? Arbeitslager? Geht es jetzt in den Knast? Es ist gerade echt, dass mal wieder was passiert, was mir gezeigt hat, wie sehr man sich eigentlich in allem täuschen kann. Ich dachte immer, die Polizei, wenigstens in China, sind Arschlöcher. Aber auch nicht. Nein, die Polizei hat uns mitgenommen. Das Geilste, was noch der eine Polizist am Ende meinte, als ich mich bedankt habe bei ihm, meinte er noch, welcome to China. Goodbye, Police. Schnell und schneller absolvieren die beiden ihre Etappen. Nach einigen Tagen Tramperei sind sie am Zwischenziel angekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind in Laos. In Laos gibt es viel Staub und noch mehr Sonne. Wir laufen hier in der absolut brütendsten Hitze. Prallen Sonnenschein. Schon seit 10 Kilometern, diese Straße lang. 700 Kilometer sind es noch bis nach Bangkok. Mist, Hitze, sinkende Laune, da bucht man für kleines Geld lieber einen Bus. So, das ist die Busstation hier. Von da geht es gleich nach Thailand. Trotz Billigtickets, die Höppners haben Geldnot und Zeitnot. 13 Tage verbleiben, um Berlin zu erreichen. Diese Reise, die macht zwar Spaß, aber es ist keine Reise, die man länger als 80 Tage eigentlich machen will. Weil es ist kein Urlaub, es ist auch keine Weltreise. Weil wir sind nicht unterwegs, um uns Sachen anzuschauen. Wir sind nicht unterwegs, um Länder zu besuchen. Sondern wir sind eigentlich unterwegs, um zu gucken, ob man es in 80 Tagen ohne Geld um die Welt schaffen kann. Es ist ein Experiment und es ist kein All-Inclusive-Urlaub. Und deswegen ist das Experiment gescheitert, wenn wir nicht in 80 Tagen wieder zurück sind. Und ich gucke mal, Thailand, Chiang Rai. Es braucht ein kleines Wunder. Der Bus nach Bangkok ist ein solches, ein Wunder an Bequemlichkeit. Wir haben hier den absoluten Super-Luxus-Liner erwischen. Ein fetter Bildschirm hier. Hier dann noch einen einzelnen Bildschirm dazu. Schlafmodus angeknipst. Füße lang gemacht. Quatsch angeguckt. Kurzum, die beiden erholen sich. In Bangkok entscheidet sich nun, ob sie es noch in 80 Tagen schaffen können. Ihre Tour und mehr Bilder dieser wirklich wahnwitzigen Reise finden Sie bei uns im Netz auf stern.tv.de. So, Schnäppchenjäger dürfen jetzt richtig gespannt sein. Wir greifen Ihnen unter die Arme und zwar mit geballter Computer-Power. Mathematiker würden sagen, da stehen Reisedauer und Reiseetat in einem reziproproportionalen Verhältnis. Alle anderen würden sagen, die haben einen Vogel. Das ist nicht zu schaffen. Ja, und regelmäßige Zuschauer wissen, über die Hälfte der Reisedauer ist tatsächlich schon rum. Es wird also eng und inzwischen stinkt den Zwillingen ihre Reise. Stefan Euler zeigt, was bisher geschah. Fremde Länder, fremde Sitten. Ein Zug irgendwo in China und einer hat im wahrsten Sinne die Nase voll. Ich glaube, das wird so ziemlich die schlimmste Zugfahrt, die ich jemals hatte. 28 Stunden, davon haben wir jetzt ganze vier Stunden rum und mir steht es schon echt bis zum Hals. Es hat endlich angefangen, tierisch nach Käsefuß zu stinken hier. Irgendjemand hat sich vorgetraut, seine Schuhe auszuziehen und das ist wirklich nicht mehr lustig. Zur Geruchszerrung später mehr. Die Zwillinge Hansen und Paul Höppner auf Tour. Die Berliner wagen ein extremes Experiment. Ist es möglich, in 80 Tagen um die Welt zu reisen, ohne eigenes Geld? Den Versuch haben sie filmisch dokumentiert. Angefangen hat es in Berlin. Mit eigener Schmuckkreation läpperten sie sich Geld zusammen und tremmten zunächst quer durch Europa. Der Wald als Hotel, die Gefahr als Begleiter. Junge, 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 ey, war das ein Ritt. Aber immerhin sind wir weitergekommen. Nach zehn Tagen waren sie in Spanien, Trampen mit zähfließendem Verkehr. Hansen hofft, dass sie ihn nicht für eine Nutte halten. Es folgen, zwei Wochen Geld verdienen in Lissabon, dann der Sprung über den großen Teich. In Toronto heuern sie als Zimmermänner an, mit Geschick. Langsam wird's. Lohn, 1400 Dollar. 4000 Kilometer geht es durch Kanada bis Vancouver, auch dort flutscht es. Jetzt haben wir ein Jobangebot von Kai gekriegt. Es wird geschleppt und geschwitzt, dann geflogen und dann gewartet aufs Geld vom Möbelpacken. Das wäre ich zum Kotzen, wenn der uns verarscht hätte. Yeah, you have a job. Gleite in Tokio ist nicht witzig. Ich bin scheiß drauf. Wir betteln jetzt einfach. Doch dann hilft ein feierwütiger Kanadier mit einer Spende. Yeah, I have another 120 Dollar. 10.000. Zumindest an diesem Abend ist die Laune gerettet. Und doch fehlt den beiden noch das Geld aus Kanada, sonst ist das Abenteuer in Tokio vorbei. Zahlt Möbelpacker Kyle oder zahlt er nicht? Endlich meldet sich der Mann wenigstens. Okay, also er hat zurückgeschrieben. I hope you guys are okay. I'm sending 200 now. Just having a problem, but we'll call PayPal now. Geil, Paul. Wir können zurückrufen. Wir kommen weiter nach Hongkong. Hongkong ruft. Prost. Fix wird gebucht. Rein in den Flieger. Knapp vier Stunden Flugzeit sind es bis nach Hongkong. Der nächsten Reiseetappe. Die Handelsmetropole hat einen Sonderstatus in China. Die ehemalige englische Kolonie liegt eingezwängt zwischen hohen Bergen. Hochhäuser wachsen dort wie Spargel. Hongkong. Das sieht echt mal mega geil aus, da drüben dieser Berg. Weniger geil ist die Stimme. 31 Tage Zeit haben die beiden noch bis zum Ziel in Berlin. Berechtigte Zweifel an der Machbarkeit nagen an den Nerven. Und ob man in Hongkong viel verdienen kann, ist fragwürdig. Wir zoffen uns die ganze Zeit, weil Hansen irgendwie einfach, ich aber auch, wir beide einfach so krass entnervt sind. Ich möchte keinen Bock mehr. Dann ist richtig dicke Luft. Eine der Kameras ist zerdeppert und auch die Bruderschaft liegt in Trümmern. Dann hat Paul auf einmal einfach mega hohl gedreht und die Kamera auf den Boden geschmissen, die Mikrofone zerdeppert, den Globus zerdeppert, die Anhänger kaputt getreten, also richtig... Ehrlich, du hast nicht das kleinste bisschen getan. Nichts, gar nichts. Null. Nichts, um mir zu helfen. Null. Stattdessen, nein, du hast das Gegenteil getan. Das absolute Gegenteil. Du hast nur noch während ich durchgedreht bin gesagt, Paul, du bist so ein voll Idiot. Na Paul, du übersiehst bei der ganzen Sache vielleicht, dass ich auch nur ein Mensch bin und wenn du hohl drehst und total am Kabel drehst, dass ich dann nicht im Gegensatz zu dir vielleicht meine, was weiß ich, psychologischen Tricks oder sonst was auspack. Das sind keine Psychologie-Spielchen, Hansen. Das ist ganz normale, wenn ihr das eigentlich umgeht. Ich bin einfach auch tierisch genervt, diesen Scheißtag. Und ich habe keinen Bock, dann jemand, der hier eine Kamera auf den Boden pfeffert und Mikrofone zerdeppert und Scheiße rumschreit, dann auch noch den Hintern abzuwischen. Fuck, so kann das nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Richtig, so geht es nicht weiter. Aber geht es überhaupt irgendwie weiter? Wie belastet ist das Bruderverhältnis? Die finale Auflösung sehen wir gleich nach der Werbung. Paul macht den King Kong in Hongkong. Und ob das wirklich zum Bruch der beiden geführt hat oder ob es doch noch weiter ging, zeigen wir, wie gesagt, gleich. Und es gibt gleich was zu essen. Und da sind wir schon wieder mit dem irren Ziel, dass sich die Zwillinge Paul und Hansen Höppner gesteckt haben in 80 Tagen um die Welt und das ohne Geld. Das heißt, jeden Flug, jeden Zug müssen sich die beiden selbst verdienen. Und das heißt, früher oder später, völlig klar, reisen sie sowieso auf dem Zahnfleisch. Einen Vorteil gibt es allerdings für die beiden, wenn man nervlich am Ende ist, man hat ja jeweils noch seinen Bruder dabei. Es gibt allerdings auch einen Nachteil, wenn man nervlich völlig am Ende ist, man hat noch seinen Bruder dabei. Und so stand die beiden irgendwann vor allem ein Hindernis im Weg, sie selbst. Die Zeit wurde außerdem noch knapp. Stefan Euler mit unserem vierten Teil der Weltumrundung. In 80 Tagen um die Welt ohne eigenes Geld? Klar, dass man sich bei dem Extremexperiment von Hansen und Paul Höppner mal deftig in die Wolle gerät. Der Zoff eskalierte in Hongkong. Stress, Ärger, Hunger, Schlaflosigkeit änderten einer Explosion. Fuck, so kann das nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Wir haben uns die ganze Zeit durchgehend gestresst, die ganze Zeit. Und es hat einfach nicht aufgehört, es hat einfach nicht aufgehört. Allein das, nichts anderes, allein das, hat mir so krass den Rest gegeben, gerade dass ich echt ausgezucht bin. Doch Zank gefährdet das Projekt. In 80 Tagen wollen sie um die Welt und es ist schon Tag 49. Ohne Bus wird erstmal in Richtung Stadt gelaufen. Jetzt sind wir wieder dabei, Scheiße zu bauen. Wir müssen einfach über diese Brücke rüber. Aber hier darf man eigentlich nicht laufen, weil es eine Autobahn ist. Sieben Millionen Einwohner hat Hongkong und die schlafen in hochgebauten Betonschachteln. Nichts für die Hübners. Wir haben einen Schlafplatz gefunden, traumhaft schön, direkt an der Autobahn. Hier vor so einem Stromhäuschen. Der Streit vom Vorabend wirbt nach. Nebeneinander wollten die beiden nicht, so hatte jeder die Füße des anderen vor der Nase. Klar ist jedoch, die Tour funktioniert nur zusammen. Los geht's. Auf nach Hongkong. Ein Bus wird gekapert Richtung Innenstadt. Die ehemalige englische Kolonie ist eine Sonderwirtschaftszone. Hier dreht sich alles ums Geldverdienen. Eigentlich ideal für die beiden, denn auch in Hongkong wollen sie mit ihrem selbstgemachten Schmuck Umsatz machen. Und ein Fable für kitschige Preziosen haben Chinesen. Eine Straßenbekanntschaft führt die beiden zu einem Fahrradladen. Dort gibt es Material für die Schmuckerstellung. Ketten und Speichen eingepackt. Schon kann es losgehen mit der höppnerschen Kreation. Wie schon in Europa, Kanada und Japan wollen die Zwillinge damit Kohle machen. Ortsübliche Münzen werden in Kettenglieder gezwängt und dann als Anhänger angeboten. Für die Schmuckstücke muss nur noch der Verkaufsplatz gefunden werden. So, da hinten verschwindet gerade Hongkong in einem sensationellen Regenschauer. Was man eben noch erkennen konnte, als die Skyline ist jetzt eigentlich nur so ein milchiges Etwas. Regen ist der Feind jedes vernünftigen Straßenverkäufers. Und so entfliehen Paul und Hansen den Wolkengüssen, indem sie sich ein Dach über dem Kopf suchen. Lego war dabei Vorbild. So, wir haben jetzt hier von einem netten Inder auf der Straße angeboten gekriegt, ein Hostelzimmer für 70, also 10 Euro pro Person zu kriegen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Die Immobilienbesichtigung findet in der Höhe statt. 17. Stock. Jeder Wohnungssuchende weiß, entscheidend für den Preis ist Lage, Lage, Lage. Diese Wohnung ist günstig. Das ist schon ziemlich das Abgefuckte-Sortelzimmer, nämlich nicht schlafen. Das sind die beiden Brettschen. Hier eine und da eine. Hier gibt es immerhin ein Klo. Das gab es in einem anderen Zimmer, wo wir zuerst waren, nicht. Das ist sehr interessant. Also ein Erdungskabel wird an der Wasserleitung folgendermaßen befestigt. Und das ist der Hinterhof. Kinder können in dieser lichtdurchfluteten Adresse nicht zum Spielen rausgeschickt werden? Obwohl, ein Abenteuer wär's schon. Eng, schimmelig, ohne Licht. Die Ekelbude sorgt dafür, dass alte Streitfronten zwischen den Brüdern wieder aufbrechen. Es ging die ganze Zeit nur darum, den anderen irgendwie anzupissen, anzustacheln oder anzusticheln. Die ganze Zeit nur. Durchgehend. 24 Stunden am Stück. Ist doch kein Wunder, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe. Deine Art ist jetzt einfach zu sagen, ich geh auf, ich mach jetzt den... Oh Gott, ich bin ja die Psychologenkacke. Aber lass doch mal auch ausreden jetzt an. Ich sag, warum ist es mit Psychologenkacke zu tun? Das kannst du mal in die Haare schmieren, die Scheiße. Das machst du auf dem Level genauso. Du willst jetzt echt, du sagst im Erfn, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Fertig, Punkt, Strich, Basta. Als eineiger Zwilling ist man ja auch dauernd mit sich selbst unterwegs. Und wer ist sich nicht schon mal selbst auf den Keks gegangen? An Tag 52 ziehen sie aus und tauchen ein ins Nachtleben. Geld schläft nie. Ab in die Touristen... äh... ...dach war da... ...Zone. Like a shark girl Die nächsten Tage machen sie, was alle in Hongkong machen wollen, Umsatz. Der Reisesäckel wird aufgefrischt auf 3200 Hongkong-Dollar. Etwa 370 Euro. Gewohnt wird derweil am Strand. Leider beginnt der Verkehr dort früh und quietscht grausam. Nach einigen Tagen steht der Fahrer des Quietsche-Dings auf der Mordliste der Höppners. Chinesen bewegen sich gerne früh, sind elastisch und oft bewaffnet. Zudem werden sie im Leben grundsätzlich zu allem angeleitet. Habt ihr ihn verstanden? Habe ich das Gefühl, das ist ein schlechter Fein-Future-Film, ne? So, äh... Unterwegs in einem Land von Menschen, die nicht mehr selber denken können. Da oben hängt ein Schild. Weißt du, an der unmöglichsten Stelle hängt ein Schild. Wirklich für diesen Träger, der da hängt. Be careful, head collision. Also man könnte seinen Kopf da anschlagen. Ich frag mich echt, wie in Teufels Namen man da oben seinen Kopf anschlagen soll. Da muss man da ja rumturnen, an einer Stelle, an der man eh nichts zu suchen hat. Es wird Zeit, weiter ins chinesische Landesinnere zu reisen. Wir packen jetzt zusammen. Und schauen dann mal, wann der Bus nach Kunming oder der Zug nach Kunming fährt. Und wenn der heute noch fährt und wir den noch kriegen können, dann nehmen wir den noch. Weil wir haben beide so ein bisschen genug von Großstadt jetzt gerade. Na du, Waschweib. Es soll hier nicht näher erläutert werden, wie Klamotten riechen, die man ständig durchschwitzt. Nach Stunden im Bus landen das Waschweib und Paul in der 10-Millionen-Stadt Shenzhen. Per Zug wollen sie in die 5-Millionen-Stadt Kunming. Problem, die erklärt man, wohin man will. Keiner spricht Englisch. Ticket für Kunming. Kunming? Da draußen irgendwo. Kunming. Danke. Danke. Zeig mal die Tickets. Die zum Kotzen waren. Die Schlafplätze sind billiger als die Spätze, aber das müssen wir mal einer erklären. An Tag 57 hocken die zwei in einer Bahnhofshalle und wundern sich über chinesische Männer. Es ist ja irgendwie gang und gäbe, dass, also umso größer der Bauch, umso freier muss er sein. Hoppa, Gangnam Style! Gangnam Style! Die Zugfahrt scheint man nur mit Drogen überleben zu können. Jedenfalls macht der Zugbegleiter merkwürdige Angebote. Das Zeug ist verdächtig. Ekstasie oder was? Vielleicht so eine Art Schlafmittel oder was? Ja. Ich meine, jetzt ist es schlimm. Schlafmittel wäre prinzipiell ziemlich gut für die nächsten Stunden. In chinesischen Zügen ist es eng, Privatsphäre Fehlanzeige. Und das bis nach Kunming. Von dort aus wollen sie weitere zwölf Stunden fahren bis Rui Li an der Grenze zu Birma. Bei dieser Zugfahrt weiß man, wie sich Ölsardinen fühlen, die Sitzplätze oft mehrfach belegt. Und Gerüche gibt es diverse. Ich glaube, das wird so ziemlich die schlimmste Zugfahrt, die ich jemals hatte. Es hat endlich angefangen, tierisch nach Käsefuß zu stinken hier. Irgendjemand hat sich vorgetraut, seine Schuhe auszuziehen und das ist wirklich nicht mehr lustig. Man kann sich kaum irgendwie bewegen, ohne mit irgendwelchen schweißigen Leuten in Kontakt zu kommen. Vor allem, weil das chinesische Volk es absolut nicht gewohnt ist, auf mitfahrende Rücksicht zu nehmen. Null, in keiner Hinsicht. Das heißt, neben mir wird laut auf dem Handy Musik abgespielt, irgendwelche grölenden, jaulenden chinesischen Charts runtergerattert. Dann wird gegenüber einem gerülpst, geschmatzt und gefurzt irgendwelche stinkende Lebensmittel ausgepackt. Wird neben dir in der Nase gebohrt, hier wird der Müll auf den Boden geschmissen. Mein Nachbar bewegt seinen Hintern immer weiter auf meinen Sitz rüber und bedrängt mich und lehnt sich einfach aus dem Fenster raus, wenn er Bock hat und drückt mich damit gegen die Wand. Das ist wirklich so, man bekommt sich so vor, als ob man irgendwie in einem Kindergarten ist, wo es keine Regeln gibt. Kann man Kindergarten und Käsefüße 28 Stunden überleben und schmusige Nähe ohne Psychologen überstehen? Wir werden es sehen, demnächst. Fotos dieser irren Reise können Sie auf stern.tv.de sehen und mehr von den beiden in bewegten Bildern demnächst hier in der Sendung. Wenn ich es richtig rieche, Essen ist fertig und es sieht auch so aus, Sarah Wiener und ihr Küchenteam haben das Huhn zu was sehr, sehr Leckerem gemacht. Wir werden gleich kosten und dann drücken wir es in 80 Tagen. Das erscheint machbar, aber die beiden nehmen nicht einen einzigen Cent Erspartes mit auf die Reise. Das heißt, jeden Kilometer der Reise, jedes Ticket, jeden weiteren Schritt müssen sie sich unterwegs erarbeiten. Und das erschaffen, obwohl so langsam für die beiden die Zeit knapp wird. Also reisen Paul und Hansen eher in der Holzklasse und im Zug durch Indien dann auch irgendwann auf dem Zahnfleisch. Es ist momentan wirklich so, dass Hansen und ich ausgebrannt sind. Uns rennt die Zeit weg. Und dieses ständige Wiederaufbrechen, Wiederversuchen Geld zu verdienen, das geht mir so krass auf den Sack mittlerweile. Tja, da fährt man so weit weg und begegnet am Ende eben doch sich selbst. Das ist eine spannende Etappe für die Zwillinge Paul und Hansen nach der Werbung. Und außerdem haben wir dann noch das für Sie. Willkommen zurück bei Stern TV. Also mal angenommen, man will einmal um die Welt reisen in 80 Tagen, wie bei Jules Verne. Und mal angenommen, man will dafür ganz, ganz wenig Geld bezahlen, also sagen wir mal gar nichts. Dann braucht man stattdessen vielleicht ein paar Talente, man braucht eine Portion Mut, man braucht vielleicht etwas Wahnsinn, ein bisschen Naivität und am besten einen Reisegefährten, der einem in diesen Punkten möglichst ähnlich ist. Und Paul und Hansen Höppner, die sind sich eigentlich in all diesen Punkten sehr ähnlich, die sind nämlich Zwillinge. Und gemeinsam haben sie dieses Abenteuer auf sich genommen, das wir seit einigen Wochen begleiten, in 80 Tagen um die Welt, ohne Geld. Los geht's in Berlin. Mit dem Verkauf von Schmuck wollen sie sich finanzieren. Als Ticket allerdings dient erstmal der Daumen. Und sie kommen voran rasend schnell. Junge, 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 ey, war das ein Ritz. Aber immerhin sind wir weitergekommen. Quer durch Europa führt sie der Weg bis nach Lissabon. Dort verdienen sie sich Geld für den Transatlantikflug nach Toronto. Sie jobben als Zimmermänner, bekommen dort 1400 Dollar Cash. Weiter geht's. Nach Vancouver und von dort nach Japan. Ein Kanadier hilft mit Geld. 10.000. Ein Prost darauf und ab nach Hongkong. Dort verdienen die Höppners wieder Geld in den Touristenvierteln, bis es für ein Zugticket nach China reicht. An der Grenze zu Myanmar dann eine Katastrophe. Abgewiesen. Schnell wird ein Ersatzplan geschmiedet. Sie trempen durch China bis nach Bangkok. Von dort soll's flott weitergehen. Die Zeit läuft. Und das Bemerkenswerte, das wirklich Bemerkenswerte dabei, Paul und Hansen dokumentieren die gesamte Reise selbst mit ihren Kameras. Stefan Euler macht dann hier daraus ein filmisches Reisetagebuch. Hier ist Teil 6. Nach tagelangem Umweg durch China versuchen die Brüder nun, von Bangkok aus fix weiterzukommen. Erstmal wollen sie aber umsonst wohnen. I have a question for you. We're traveling around the world in 80 days. And we try to make it without money. No money heißt Pech gehabt. Nix da umsonst. Da sind die Thais doch zu sehr mit dem Geld verwurzelt. Ohne Leistung, keine Gegenleistung. Tag 69 fängt schlecht an. Also wieder leider kein Erfolg. Aber nicht aufgeben ist die Devise. Böse Blicke, unverständliche Blicke, damit muss man jetzt klarkommen. Klar ist, Geld muss her. Umgerechnet 12 Euro haben sie noch. Das Kapital vermehren wollen sie mit Schmuckverkauf. Ein abenteuerlicher Laden beflügelt den Geist der Tüftler. Alter Schweder, ey. Unter den Abermillionenkugeln findet sich eine passende für die Hüppner-Idee. Die Brüder wollen Kronkorken abrunden. Dazu wird eine Aluplatte als Form bearbeitet. In einer Kuhle werden die Verschlüsse planiert. Hat man zwei Bier gepichelt, erhält man ein wunderbares Accessoire. Schöne Schlüsselanhänger, den wir jetzt verkaufen werden. Damit werden wir jetzt versuchen, unser Geld für den Flug nach Indien zusammenzukriegen. Heute Abend. Es wird spannend, weil wir haben noch überhaupt keine Erfahrung, wie viel die Leute hier bereit sind zu geben. So brechen die beiden hoffnungsfroh ins Nachtleben der 14-Millionen-Metropole auf. Hotspots hat Bangkok viele, Touristen hat Bangkok viele, Schmuckinteressenten auch. Aber ebenso zahlreich sind die Geizkragen. Also, wir haben ein Problem. Die Leute geben nur verdammt wenig Geld. Weil die thailändische Währung so wenig wert ist, dass man halt einfach mal 100 Bart... Eigentlich ist es nicht genug für so ein Souvenir. 100 Bart sind gerade mal 3 Euro. Und für 100 Bart, dann müssten wir quasi 200 von diesen Anhängern verkaufen. Das geht einfach nicht. 80 Tage war der Plan. Doch ausgeplant. Ohne Geld kleben die beiden in der Stadt fest. Es braucht ein Wunder. Beim Frustessen lernen die beiden dann Nam kennen. Eine junge Frau aus Südthailand. Was die Höppners beim Quatschen nicht richtig erkennen? Nam könnte das Wunder sein. Könnte. Das Verrückte, was es tatsächlich ermöglichen könnte, einfach in ein paar Tagen noch zu schaffen, ist ein Angebot von ihr, was vielleicht einfach das Wunder sein könnte, auf was wir gewartet haben. Sie hat jetzt gerade eingeladen zu ihrer Familie. Sie wäre sich ziemlich sicher, dass ihr Vater die Rückreise zahlen würde. So, jetzt haben wir uns die beiden tatsächlich noch angeboten, uns einen Schlafplatz zu organisieren. Diesen Schlafplatz suchen sie später auf, aber zunächst der essensgestellte Versuch zwischen Entrückten, Kohle zu machen. Reich wird man in Bangkok mit niedlichen Schlüsselanhängern niemals. Ich glaube, für heute ist die Luft raus. Wir haben auf ein Wunder gehofft, aber ich glaube, das Wunder ist nicht gekommen. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass wir Glück haben und wir fahren nach Kuala Lumpur. Wenn die Flüge aus Kuala Lumpur so viel billiger sind, dann wird das Leben da auch noch viel billiger sein. Dann werden da noch weniger Leute sein, die Geldpreis rausgeben. Du willst jetzt unbedingt schwarz sehen? Nein, 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 das fällt mir gerade ein. Das ist totaler Bullshit. Komm, bitte, komm, ey. Du hast Hand, bitte, bitte, bitte. Komm, bitte. Hand, du hast doch selber gesagt. Das nervten Kostüme extrem dünn. Ich habe mich gerade tierisch mit Paul gezofft. Aus einem total bescheuerten Grund. Also ich würde die Tour jetzt sofort beenden und einfach direkt zum Flughafen gehen und mir den nächstbesten Flug kaufen. Ich weiß nur auch, dass er überhaupt keine Möglichkeit hat, sie zu beenden jetzt. Zumindest nicht ohne mich zu kontaktieren. Es geht hier nicht nur um 80 Tage und es geht hier nicht nur um ohne Geld. Es geht auch darum, dass wir versuchen, das Ganze korrekt miteinander zu machen und nicht gegeneinander. Wenn er sich so von mir verabschiedet und so die Tour abbrechen will, dann solltest du mir das versuchen, aber er wird nicht allzu weit kommen. Aber mit Paul will ich ehrlich gesagt nichts dazu zu tun haben. Wirklich nicht. Zwei Brüder im biblischen Zorn. Nams Schlafplatzangebot war das buddhistische Friedenszentrum und Buddhas Vibrationen sorgen dann auch für Versöhnung. Die Zwillinge wollen Nams Einladung annehmen. Sie hat uns angeboten, dass wir da ein paar Tage entspannen können. Ich glaube ganz ehrlich, auch nach dem Streit, den wir gestern hatten und nach dem, wie es hier gerade läuft in Bangkok, dass so zwei Tage oder einen Tag wirkliche Pause uns extrem gut tun würde. Aufbruch zu Nam nach Südthailand. 41 Euro sind im Säckel. Die Reise machen sie mit der Bahn. Leise Hoffnung ist zurück. Sieben Tage Zeit bleiben noch. Man darf auch den Mut nicht verlieren bei sowas. Man muss immer allen Möglichkeiten irgendwie nachgehen. Und wenn man 20 Mal damit auf die Fresse fliegt und es nur einmal klappt, dann klappt dieses eine Mal nur deswegen, weil man 19 Mal versucht hat, ob es tatsächlich steht, das Angebot oder nicht. Nams Angebot klang wie ein Lottobeginn. Frei wohnen und essen und möglicherweise ein Vater mit Füllhorn, der den Höppners einen Flug bezahlt, kaum zu glauben. Ich tue mir sicherlich auch ein bisschen schwer, das so zu glauben, dass sie uns das einfach so anbietet. Beziehungsweise, dass ihr Vater das tatsächlich machen würde. Weil es sind einfach immer fast mal 800 Euro, die man jemandem wildfremden gibt. Und das ist ein Thailänder. Also für den ist Geld noch mal eine andere, das sind 800 Euro, noch mal eine andere Dimension. Auch in Thailand jedoch gibt es Reichtum. Und der Zufall hat die Zwillinge in puren Luxus katapultiert. Mitten rein in eine Wellness-Oase. Lass uns mal die Dusche anschauen. Dazu gehört auch, dass man mal so richtig durchgeknetet wird. Thai-Massage, gnadenlos. Und Hansen? Lebst du noch? Hansen ist direkt eingeprennt. Ich habe versucht, einen Knoten in deine Beine zu machen. Soll ich ihm vielleicht dabei bei mir helfen? Ich kann euch sagen, das ist verdammt schmerzhaft. Aber die kennen halt hier keine Gnade. Die rennen halt auf dir rum und drücken. Und genau an den Stellen, was am meisten weh tut, drücken sie nochmal richtig drauf. Dann auf einmal ist es weg. Das ist das Geile dran. Nächstes Relax-Programm. Viel trinken, viel essen. Alles bezahlt vom Sponsor. Namens Vater. Ein Hotel- und Tankstellenbesitzer. Auch Nahrungsexperimente werden finanziert. Ich habe mich hier dazu entschieden, mutig zu sein und mal Frosch zu probieren. Resultat der Probe, der Frosch schmeckt wie ein Federvieh. Und wie sind sie? Genau wie München. Den Abschluss des Abends bildet ein traumhaftes Geschenk. Nam hat uns eben noch gesagt, dass sie uns neben all dem, was sie uns ja eh schon gegeben hat, was mega großzügig war, jetzt auch noch den Flug bezahlen will, von Kuala Lumpur nach Indien, was nochmal 3000 Bart sind. Und wenn Nam, wenn du irgendwann mal nach Deutschland kommen willst, dann sag uns Bescheid, dann laden wir dich ein. Zwei Billigtickets im Wert von 80 Euro. Alter, auf den letzten Drücker. Ziel ist Visak Patnam, eine südindische Millionenstadt. Drei Stunden Flugzeit vom Abflugort Kuala Lumpur entfernt. Generell sollte man in Indien nur mit Lebensversicherung auf die Straße gehen. Inder wissen auf alle Fälle, wo Hupe und Gas sind, nicht aber, welches Pedal die Bremse ist. Ich muss echt sagen, ich bin gerade so auf Adrenalin, weil hier irgendwie alles hupt und piept und echt mega krass abgeht, da auf der Straße. Ich habe echt das Gefühl, hier kannst du nicht überleben. Neu-Delhi wird gebucht, eine Fahrt quer durch Indien. Es verbleiben ihnen etwa 20 Euro. Was auf einem gewöhnlichen indischen Bahnhof abläuft, erinnert an Szenen aus einem Flüchtlingslager. Kreuz und quer liegen Menschen. Und flach liegen bald auch die Brüder. Körperlich und vor allem geistig sind sie völlig erschöpft. Es ist momentan wirklich so, dass Hansen und ich ausgebrannt sind. Uns rennt die Zeit weg. Und dieses ständige Wiederaufbrechen, Wiederversuchen Geld zu verdienen, das geht mir so krass auf den Sack mittlerweile. Ich muss auch sagen, ich habe auf dieser Tour eine Sache ziemlich über. Und das ist die Abhängigkeit von anderen Menschen. Es ist ein Projekt, das wir durchziehen, weil wir Spaß daran haben, weil wir das Abenteuer suchen, weil wir Herausforderungen suchen, weil wir die Komfortzone verlassen wollen. Denn ich bin mit so viel Freundlichkeit überschüttet worden auf dieser Tour, dass ich mich manchmal frage, warum. Nach 34 Stunden erreichen die Brüder Neu-Delhi. Tag 79 läuft. Was bedeutet, sie müssten den Weihnachtsmann treffen, um es noch zu packen. Aber der ist nicht da. Zu heiß. Die Strecke, die wir bisher zurückgelegt haben, sind vielleicht 100 Meter vom Bahnhof. Oder 150 Meter. Und am Anfang habe ich gedacht, Hölle, ich breche den Scheiß ab, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause, ich will raus hier. 40 Grad, die Luft steht momentan hier. Es ist total schwül. Und dann kam Gott sei Dank... Roger. Roger. Roger, ein kleiner Mann mit großem Herz. Mitten im puren Chaos, ein Stück Menschlichkeit. Er hat uns hier gerade angeboten, Wasser bei ihm gratis zu bekommen und schenkt uns jetzt noch eine Kopfwäsche. Wäscht uns quasi mal den Kopf, wie wir das auch mal verstehen sollen. Aber er ist auf jeden Fall super, super freundlich. Indien. Von seiner freundlichsten Seite und von der fruchtigsten. Denn einen Smoothie gibt's obendrauf. Bedankt wird den Höppner-Währung einer Umarmung. Es folgt Rajas Bewerbung fürs Supertalent. Danke sehr, sehr. Man hat schon Schlimmeres gehört. Nun heißt es rein in Lärm, Gestank und Chaos. Welcome to India heißt auch, Kühe auf der Straße, Affen auf dem Dach, kein Geld im Portemonnaie. Ein Tag bleibt den Höppners. Wir werden sehen. Ich glaube, eine Rakete wäre jetzt die Lösung oder ein Privatjet. Wir werden zeigen demnächst, wie es weitergeht auf der Reise und Bilder von diesem Trip können Sie sich da mal anschauen auf stern.tv.de. Willkommen zurück, hier bei stern.tv. Es ist ja so, nicht jede Schnaps-Idee lässt sich dann am Ende wirklich mit zu viel Schnaps rechtfertigen. Zum Beispiel die Idee, nach Shanghai zu fahren, mit dem Fahrrad von Berlin aus. Schlappe 13.600 Kilometer. Die Zwillinge Paul und Hansen Höppner, die haben's einfach mal gemacht und uns vergangenes Jahr hier bei stern.tv die atemberaubenden Aufnahmen davon gezeigt. Also, das war wirklich alles andere am Ende als eine Schnaps-Idee. Und auch der nächste Plan von Ihnen, der entstand völlig nüchtern. In 80 Tagen um die Welt, komplett ohne Geld. Tja, das war eine wirklich wilde Reise und die Höppner Zwillinge haben gesagt, wir machen das. Brauchte hinterher dann allerdings schon ein paar Schnäpse, um zu verdauen, was daraus geworden ist. Wir alle hier bei stern.tv können seit Wochen mitreisen, denn auch diesmal gehören Kameras zum Reisegepäck. Los geht's in Berlin. Mit dem Verkauf von Schmuck wollen sich die Zwillinge finanzieren, fortbewegen per Anhalter. Quer durch Europa führt sie der Weg bis nach Lissabon. Sie verdienen sich Geld für den Transatlantik-Flug nach Toronto. Dort arbeiten sie als Zimmermänner für 1.400 Dollar bar auf Tatze. Damit geht's nach Vancouver und weiter nach Japan. Ein verrückter Kanadier hilft mit Geld. Ein Prost darauf und ab geht's nach Hongkong. Wieder Schmuckverkauf an Touristen. Die weite Reise genießen die Höppners dann in knallvollen Zügen. Der Grenzübertritt nach Myanmar. Eine Katastrophe. Abgewiesen. Plan B wird geschmiedet. Erst wieder Daumen raus, dann mit dem Zug. So erreichen sie Bangkok und danach Kuala Lumpur. Ein Billigflug bringt sie nach Indien. Dort erleben die Zwillinge hautnah, was Armut und Chaos bedeuten. Hier kann's nicht überleben. Weiter geht's nach Delhi, allerhöchste Eisenbahn. Die 80-Tage-Marke rückt sehr nahe. Sehr, sehr nahe. Sogar verdammt nahe möchte man sagen. Eigentlich brauchen die Höppners jetzt ein Wunder. Und stattdessen folgt eine Katastrophe, über die wir gleich auch sprechen werden. Wenn Sie mich hier im Studio besuchen. Aber erstmal Stefan Euler mit dem Weltreise-Finale. Ein Stich. Eine Sirene. Und ein schwer kranker Patient namens Hansen Höppner. Krankenalarm in Russland. Und dann hoffe ich, dass Hansen morgen richtig viel besser geht. Es sieht nicht danach aus. Die Zwillinge Hansen und Paul Höppner bei ihrem extremen Experiment. Kann man in 80 Tagen um die Welt reisen, von Berlin nach Berlin, ohne eigenes Geld? Ihr Wagnis haben sie filmisch dokumentiert. Und heute ist Tag 80 und wir sind zurück in Berlin. Das ist eine glatte Lüge. Die beiden sind immer noch in Delhi. Eine Stadt, in der Fußgänger nicht alt werden. Da kriegt man schon Muffensauten. Manchmal will ich auf einen zurasen, um ihn zu bremsen. Aber anders kommt man hier nicht rüber. Tag 80 in Delhi heißt leider, das ursprüngliche Experiment ist gescheitert. Die neue Marke, die die beiden sich vorgenommen haben, sind 100 Tage. Aber auch dazu muss man Geld sammeln. Nur wie und wo? Freiheit! 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 Es hört sich an, als ob sie Freiheit schreien würden. Freiheit! Freiheit! Die Freiheit zur kreativen Weiterbildung treibt die Brüder in eine winzige Schmuckfabrik. Indische Drahtkunst. Diese Perfektion kann neidisch machen. Wir sind hier eingeladen worden in eine Art Goldschmiede, beziehungsweise Drahtwerkstatt. Und die machen hier in Serie Schmuckstücke, die sie auf der Straße verkaufen. Also eigentlich ähnliche Sachen, wie wir bisher gemacht haben. Er ist eigentlich der Meister von dem, was wir machen. Genau, er ist der absolute Meister von dem, was wir machen. Und er beäugt jetzt kritisch, was Hansen da Komisches macht. Und Hansen versucht, ihn die ganze Zeit mit irgendwelchen Ideen zu beeindrucken. Aber das Einzige, wie er immer reagiert ist, ja, das habe ich vor zehn Jahren schon gemacht. Man kann immer was dazulernen, irgendwo in Indien, in irgendeiner Bude. Er hat gerade diese beiden Drahtstücke gebogen, separat voneinander. Und die sind beide genau gleich, haargenau gleich. Lernen kann man zudem Gastfreundschaft. Ganz schnell sitzen die Höppners an einem fremden Tisch. Es gibt einen leckeren Eintopf mit Reis. Und als Nachtisch gibt es ein gratis Bett. So und so ähnlich schlagen sich die Berliner in den nächsten Tagen durch die Stadt, meist kostenneutral. Den richtigen Verkaufsplatz für die eigene Schmuckkreation zu finden, bedarf in der 16-Millionen-Stadt langer Wege. Jetzt sind wir am Indian Gate. Hier ist tatsächlich mehr Tourismus und ein Park. Im Park basteln sich die Brüder dann eines ihrer Sparmenüs. Es gibt Weißbrot mit Tomatenmark und Banane und Weißbrot. Das Essen darf man langweilig nennen. Spannend dagegen sind die Höppners selbst. Zwei kleine exotische Zootiere im Gehege. Und die Zoobesucher strömen zur Attraktion. Wo viele Leute sitzen, gibt es was Interessantes zu sehen. Und da kommen noch mehr Leute dazu. Es kommen noch mehr Leute dazu. Jetzt wird es echt langsam richtig viel, Alter. Doch zurück zum Höppner-Business. Da in Indien eher Gold als Draht angesagt ist, darf man das einheimische Interesse schleppend nennen. Um im Amüsierviertel zu verkaufen, müssen sie oft mitten durch die Stadt tuckern. Per Tuk-Tuk, zu Fuß und per Taxi. Und da lernt man den Inder kennen. Hier gibt niemand freiwillig nach. Jeder hat recht. So, die Stausituation vor uns ist folgendermaßen. Einer kommt von links, einer kommt von rechts. Sie sind jetzt auf Stoßstange aneinander rangefahren, sodass keiner mehr durchkommt. Also jetzt momentan ist hier, glaube ich, nichts mehr zu machen. Zehn Tage treiben sie sich in den Gassen Delis rum. Zwischen heiligen Kühen Leute beschwatzen. Im Nachtleben Geld verdienen. Es läppert sich zusammen. Am Ende haben sie das Geld für den Flug nach Kirgizistan zusammen. 350 Euro. Einen touristischen Höhepunkt wollen die Brüder aber noch abhaken. Die größte Moschee der Stadt, Jama Masjid. Vorbei an Gewürzhändlern geht es zu dem jahrhundertealten Bau. 20.000 Menschen können dort gleichzeitig beten. Die Minarette sind 40 Meter hoch. Die Treffer ist echt hoch. Mega hoch. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, von hier oben hat man eine unglaubliche Sicht über Deli, wie man schon erkannt hat. Und wir müssen jetzt aber leider los, weil das Abendgebet jetzt gleich kommt. Da müssen alle Unglaubigen aus der Moschee draußen sein. Das ist auf jeden Fall eine große Ehre. Und auch mega geil, dass wir das noch gemacht haben. Ich bin echt froh, dass wir wenigstens einmal so eine richtig geile Aktion hier, also touristische Aktion mitgemacht haben. Schluss mit der Faulenzerei. Weiter geht es Richtung Heimat. Der Flug nach Bishkek dauert vier Stunden. Bishkek ist die Hauptstadt Kirgizistans und hat als ehemalige Sowjetrepublik postkommunistischen Charme. Mit umgerechnet 54 Euro kommen die Höppners dort an. Ich meine mich aber zu erinnern, dass ein Kirgizistans so ist, dass der Daumen nach oben eine Beleidigung ist. Und deswegen gehen wir uns auf Nummer sicher und schreiben lieber mal ein Schild. Die Nummer sicher beim Trampen wirkt Wunder. Kaum ist das Schild gezückt, sitzen sie schon in einer Karre. Kirgisen helfen gerne. Wir fahren tatsächlich bis zur Grenze. Das heißt, wir schaffen es halt noch bis zur Grenze. Granitza. Sie fahren die Nacht durch, ins Morgengrauen, ins Helle. Hunderte Kilometer dann auch durch das benachbarte Riesenland Kasachstan. Mit einem Mann namens Olek haben sie sehr viel Spaß. Das Olek hat uns eben fast 100 Kilometer mitgenommen. Damit sind wir jetzt dreimal getrammt innerhalb von 24 Stunden. Die kommende Weiterfahrt ein schnöder Akt der Korruption. Der Zug voll, die Zwillinge sind gezwungen, Schmiergeld einzusetzen. Und jetzt haben wir es geschafft, sind dann im Bord des Zuges. Wir sind dann da reingesprungen, nachdem der Schaffner gesagt hat, gut, okay, Deal, wir machen 5000 pro Person. Wir machen, das war ja gerade wieder. Wir machen 5000 pro Person. Dafür habt ihr keinen Sitzplatz, dafür habt ihr keinen Liegeabteil, dafür habt ihr gar nichts. Ihr dürft nur an Bord des Zuges. Wahnsinnig direkt. Deal. Und der Typ, alle springen rein in den Zug, der Zug fährt eigentlich schon so fast halb an irgendwie. Wir schleppen mit dem allerletzten Moment unser Gepäck rein, der Zug fährt los. Geschmiert ist das eine, gemütlich das andere. Endloses Abhängen im Zugigen-Zwischenabteil. Beide erregen Mitleid. Oh. Miam, Miam. Mach mit. Miam, Miam. Ah, danke sehr viel. Miam, Miam. Eine kleine Abwechslung auf der 1000 Kilometer langen Fahrt. Vorbei an Mausoleen. Durch die Abendsonne, rein in Putins Reich. So, wir sind in Russland angekommen, in Iletsk. Heißt das? Ja, Iletsk. Iletsk heißt das Dorf. Total müde, 4.30 Uhr morgens ist jetzt irgendwie. Trampen in Russland, auch kein Problem. Viele Fahrer mögen auf den endlosen Strecken gerne Unterhaltung. Ich freue mich unglaublich auf zu Hause. Wo ich endlich, endlich meine Freundin wiedersehen werde. Wo ich endlich all meine Freunde wiedersehen werde. Wo ich endlich dieses Leben auf der Straße und ohne Geld und immer auf Achse und immer im Stress und immer hetzen und immer vorwärts kommen oder immer Geld verdienen und immer sparsam sein, das Leben endlich hinter mir hat. Kurz vor Moskau. Sie haben nichts mehr zu essen. 27 Euro in der Tasche. Da wird mit Resten ein wenig experimentiert. Zweifelhaft. Es gibt gekochte Weizenkörner plus Nudeln plus Sardinen aus der Dose. Die 3000 Kilometer von Bishkek nach Moskau sind gepackt. Doch dann das. Paul muss zwei Koffer gleichzeitig ziehen. Bruder Hansen fühlt sich elend. Da bahnt sich was an, würde ich sagen. Tag 96. Die neue Marke 100 ist in Gefahr. Also ich habe irgendwie Schüttelfrost. Ich bin total schlapp. Kann überhaupt nicht mich irgendwie bewegen oder klar denken oder sonst was. 39,1 Fieber. Beide entschließen sich, den Notarzt zu rufen. Wenig später wankt Hansen in den Krankenwagen. Eine fiebersenkende Spritze in den Po. Blaulicht an. Und ab ins Hospital. Nach dem Bluttest muss Hansen direkt ins Bett. Er kommt in Quarantäne. Der Arzt kommt in 30 Minuten, schätzt die ganze Sache ein. Und hat hoffentlich dann auch irgendwie eine Art Ergebnis von einem Bluttest oder was weiß ich. Und dann hoffe ich, dass es Hansen morgen richtig viel besser geht. Das bleibt tagelang ein frommer Wunsch. Der Patient ist malat und bleibt malat. So kurz vorm Ziel mit überhaupt kein Problem mehr gerechnet. Das Hansen jetzt noch, wenn das Krankenhaus kommt. Wir haben es in 80 Tagen nicht geschafft. Wir werden es wahrscheinlich in 100 Tagen nicht schaffen. Ich glaube schon fast nicht mehr dran, dass man es überhaupt noch mal irgendwann schafft. Paul verbringt die Nächte an einem Fluss in der Nähe des Hospitals. Nach einigen Tagen dann gute Nachrichten. Alter, das geht ihm besser. Paul nutzt die nächstgelegene öffentliche Badewanne zum Frischmachen. Eine Reinigung auch fürs Gemüt. Frisch gewuscht. Das tut gut. Zwilling Hansen macht zur selben Zeit dasselbe und redet dasselbe. Frisch gewuscht. Zusammen haben wir ja gut. Gerade geht es mir eigentlich so gut, dass ich sagen würde, ich könnte auch weiter trampen. Es ist mega spannend jetzt eigentlich, ob die Hansen rauslassen. Oder ob es tatsächlich so eine Art Quarantäne-Knast ist auch. Kommt er? Kommt er nicht? Paul ist unruhig. Dann Mütze vorm Ständer, Weg gezeigt. Der Knasti hat Freigang. Die Diagnose allerdings bleibt zunächst unbekannt. Fühlt sich wie kurzatmig oder so, wenn du jetzt schnell machst? Patient Hansen, noch etwas schwach. Egal, es muss weitergehen. Beide erreichen Lettland, übernachten bei Wetterkapriolen unter Brücken. Und hadern mit den störrischen litauischen Autofahrern. Also Litauen scheint ein, als Land zum Trampen. Ja, ja, ja. Total, super, spitzen, klasse zu sein, wollte er bestimmt sagen. Im Grunde genommen ist es jetzt auch nur noch maximal so, wenn man einen langsamen Fahrer erwischt, 15 Stunden. Wenn man einen schnellen Fahrer erwischt, 8 Stunden. Das ist nach Berlin. 8 Stunden, Alter. Das muss ich mir überlegen, ey. Bald ist es soweit. Bald haben wir es geschafft. Welcome to Poland. In Polen haben die beiden dann einen Schnellfahrer erwischt. Einen Verrückten, den man sich nicht wünscht. Ich weiß nicht, wo lange mein Herz diese Fahrt noch mitmacht hier. Nicht so lang. Rechts überholen bis zum Bahnhof Warschau. Das Geld reicht noch für die Zugtickets nach Berlin. Ich glaube, wir kommen heute an. Das hast du vor vier Tagen raus schon mal gesagt. Wir sitzen tatsächlich im Zug am richtigen Platz in die richtige Stadt. Und so wie es aussieht, fährt er auch tatsächlich nach Berlin. Das ist ein Vorteil in Deutschland. Die Züge fahren dahin, wo sie sollen. Jetzt wollen wir in Deutschland. Abends kommen die Zwillinge in Berlin an. Mit 20 Euro wird ein Taxifahrer belohnt, der sie zu ihrem Wohnort bringt. Ein Empfangskomitee hat sich angesagt. An Tag 80 plus 24 erreichen Hansen und Paul Höppner mit 4 Euro in der Tasche den Ort, den sie vor ungefähr 40.000 Kilometern verlassen haben. Finale eines unglaublichen Abenteuers. 104 Tage mit einem einzigen Paar Schuhe bestritten. Nach einem Geruchstest hat Hansen das Wort. Also die Schuhe gehören jetzt auf jeden Fall in Sondermüll. Und hier sind sie mit neuen Schuhen und frisch geduscht. Die Weltreisenden, Zwillinge Paul und Hans Hörser. Und hier sind sie mit neuen Schuhen und Forderungen. Ah, das ist gut eingehübt. Willkommen zu Hause, Jungs. Neben Platz. Kann ich anfassen? Klar. Looking for a miracle. Ja. Das war unser Motto am Ende. Immer auf ein Wunder warten. War dir so verzweifelt? Irgendwann war es einfach klar, dass es ohne Wunder nicht funktioniert. Stattdessen kam aber, wie ich vorhin gesagt habe, die Katastrophe, diese Krankheit. Was wissen Sie jetzt inzwischen, was Sie da hatten? Ja, das hat man dann, wir waren ja in Warschau noch mal im Krankenhaus, weil es mir da so schlecht ging. Noch mal schlecht ging? Genau, weil es mir da noch mal schlecht ging. Das ist auch typisch für die Krankheit, die ich dann eben diagnostiziert bekommen habe, Dengue-Fieber, dass man drei Tage Fieber hat, einen Tag fieberfrei ist. Das war der Tag, wo ich dann geflohen bin aus dem Moskauer Krankenhaus. Und dann kam es aber eben in Warschau wieder. Da war ich dann noch mal drei Tage. Und dann sind wir nach Berlin weitergefahren. Und es war eben Dengue-Fieber. Das ist eine Krankheit, die man sich in den Tropen einfängt. Es wird von der Mücke übertragen. Und ist das so wie Malaria, was das bleiben kann oder auch lebensbedrohlich werden kann? Nein, es kann lebensbedrohlich werden, wenn man es nicht behandelt und wenn man es mehrfach bekommt. Also beim zweiten Mal ist es gefährlicher, beim dritten Mal ist es dann schon sehr gefährlich. Aber im Grunde ist es, kann man eigentlich sagen, eine heftige Grippe mit heftigen Gliederschmerzen, die 14 Tage lang andauert. Das heißt, für Tropenreisen sind Sie jetzt angezählt. Sie machen nur noch so Sachen wie auf Rollschuhen durch Sauerland. Okay, aber gut, dass Sie gesund nach Hause gekommen sind. Ich habe ohnehin ehrlich gesagt zwischenzeitlich nicht damit gerechnet, dass Sie beide überhaupt noch mal zusammen hier in dieses Studio kommen. Da sind so dermaßen die Fetzen geflogen. Kann es sein, dass die Krankheit am Ende Sie dann auch wieder ein bisschen zusammenrücken lassen? Ja, also es ist allgemein, glaube ich, immer so, dass in Situationen, wo es dann tatsächlich ernst wird. Also wo man merkt, dass Gesundheit in Gefahr ist oder vielleicht sogar Leben oder ähnliche Situationen, dass wir dann eigentlich immer streitfrei auch zusammenhalten. Wo man anfängt, sich zu streiten, ist immer dann, wenn man es sich leisten kann, theoretisch. Also und das braucht man auch wirklich ab und zu. Also man sieht ja auch in den Teilen, die wir in den letzten Wochen hier gesehen haben, immer wieder, dass wir uns mal fetzen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, alles andere, das anders darzustellen, wäre einfach falsch. Weil wenn man auf so eine Reise geht unter solchen extremen Bedingungen, dann liegen irgendwann zwangsläufig die Nerven blank. Und dann muss man sich fetzen. Und wenn man dann jemanden hat, mit dem man das auch richtig gut kann, dann ist es umso besser. Also das ist ein richtig befriedigendes Gefühl. Fast therapeutisch. Und wir durften auch noch alle dabei sein, weil Sie ja immer die Kameras angemacht haben. Muss man das lernen, vor der Kamera zu streiten? Ja, es ist eigentlich, wir haben sehr oft gestritten und sehr oft war die Kamera auch nicht an. Und auf so einer Reise, wo man eigentlich sich angewöhnen muss, wir sind keine gelernten Kameramänner, deswegen angewöhnen muss, die Kamera auch in, sagen wir mal, nicht besonderen Situationen mitlaufen zu lassen und zu hoffen, dass eine besondere Situation daraus wird, kommt es dann eben auch mal vor, dass die Kamera irgendwo steht und man fängt an, sich zu streiten, vergisst die Kamera komplett. Und dadurch wird das dann eben auch authentisch, kommt das authentisch rüber. Weil ich bin wirklich ein grottenschlechter Schauspieler. Wenn ich das nachstellen würde, das würde hier sofort jeder merken. Was ich ganz erstaunlich fand, das haben Sie irgendwann auf einer Etappe erzählt, was Sie wahnsinnig belastet und genervt hat, war ja jetzt nicht das mittelmäßige Essen, die miesen absteigen oder das Zelten neben der Autobahn oder sonst was. Was war wirklich belastend? Also ich glaube, rückblickend oder auch schon während der Tour ist mir aufgefallen, dass das Anstrengendste überhaupt war, die ganze Zeit auf andere Menschen angewiesen zu sein. Das heißt, man ist immer darauf angewiesen, dass einem irgendjemand eine Übernachtung anbietet oder was zu essen oder dass einem irgendjemand ein Schmuckstück abkauft, was man selber aus Draht auf der Straße gebastelt hat. Obwohl er es vielleicht gar nicht haben will, sondern nur aus Mutleid. Es ist immer die Hilfsbereitschaft der anderen Menschen, die einen letztendlich weiterbringt, wenn man das versuchen will, ohne Geld zu machen sozusagen. Und das ist auf Dauer, es gibt keinen Tag, wo man nicht, wo man einfach mal schlechte Laune haben könnte oder einen Tag, wo man einfach mal sagen könnte, ach, heute mache ich mal Pause. Also man muss jeden Tag auf die Leute zugehen, jeden Tag irgendwie gute Laune dabei verbreiten und irgendwie versuchen, das überzeugend und überzubringen. Ich würde Ihnen jetzt noch ein Schmuckstück abkaufen. Ja. Gar nicht mal aus Mitleid, sondern weil ich noch nichts für meine Frau abkauft habe. Wir können ja eins zusammen. Wir können es ja mal zeigen. Ich nehme das schön mal hier runter, damit man das sieht. Es gab ja so mehrere Stücke in der Kollektion, ne? Genau. Es gibt hier einmal noch unsere Schatztour. Ah, okay. Das gab so der kleine Showroom. Das sind die Ringe, ne? Das war unser Bauchladen hier und das war unsere heilige Tour, wo die Ringe drin waren, verschiedene Versionen, verschiedene Größen. Hier oben wurde immer das beste Schmuckstück platziert sozusagen. Aus einem Felgendraht gebogen oder so? Genau. Alles, was man auf der Straße findet halt. Achso, und was ist das jetzt hier? Das mit den Kugeln? Das war eine Idee, die wir in Bangkok hatten. Und zwar wollten wir irgendwie eine Dose aus Bierdeckeln machen. Die Dose selber hat nicht funktioniert, aber... Also aus diesen Kronenkorken. Genau, aus den Kronenkorken. Und wir haben uns dann überlegt, wie könnte man die denn schön rund schmieden, um ihnen noch eine schönere Form zu geben. Und haben uns dann in Bangkok die Füße platt gelaufen, um sowohl eine 27,5 Millimeter Kugellagerkugel zu bekommen, als auch ein Bierdeckel. Legen Sie mal los, dass wir sehen, wie das entsteht. Also man nimmt quasi die Kugel, erst haut man die in dieses Blech rein, damit das Blech die Negativform bekommt. Dann nimmt man den Bierdeckel. So, du darfst mir gerne mal assistieren. Was muss ich tun? Halten, das Blech. Ich verspreche auch nicht, auf den Daumen zu hauen. Ja, das kriege ich schon selber hin. Wie viele von den Stücken haben Sie unterwegs verkauft? Haben Sie mitgezählt? Also von denen schätze ich mal so 20 vielleicht. Ringe insgesamt und insgesamt Produkte würde ich sagen an die 100 wahrscheinlich. Also das war schon sehr, sehr viel. Man muss sich dann noch überlegen, dass man für einen von diesen Schlüsselanhängern in Bangkok kriegt man dann vielleicht 20 bis 50 Bart, was so 50 Cent oder ein Euro ungefähr ist, glaube ich. So, noch einen. Und damit kann man sich natürlich keinen Flug nach Indien kaufen. Also muss man richtig viel verkaufen von. So, der ist jetzt nicht besonders schön rund geworden, aber man sieht schon, man kann es erahnen. Ja, okay, das wird dann rund und am Ende? Am Ende nimmt man dann die zweite Hälfte und setzt das zusammen. Und zwar nimmt man dann, haben wir dann Heißkleber genommen, den auf die Kante vom Bierdeckel gemacht. Das klingt gut. Das ist jetzt ein bisschen wie in der Hobbythek früher. Genau. Wir haben da mal was vorbereitet. Und dann nimmt man die andere Hälfte, macht das nochmal mit einem Feuerzeug, was wir jetzt hier im Studio nicht haben, nochmal heiß, sodass es jetzt nach unten fließt im Deckel und sich dann quasi verbindet. Und eigentlich würde man jetzt noch von einer Fahrradkette reinmachen und so sieht das Ding dann aus, wenn es fertig ist. Am Schlüsselbund. Okay, also einmal hier gewendet. Das ist schon quasi so ein kleiner, runder, kalenschmuck. Genau. Genau. Ich habe was für Bier. Ja, wunderschön. Setzen wir uns noch einen Moment. Ich nehme mal an, wenn man dreieinhalb Monate um die Welt gereist ist in solche Länder, dann kommt man ja nicht wie aus dem Lanzarote-Urlaub zwei Wochen zurück und alles ist am nächsten Tag wie immer. Was hat sich verändert in Ihrem Leben durch die Reise oder romantisiere ich dazu sehr? Also es ist natürlich, es ist nie so, dass man von der Weltreise zurückkommt und das, was man sich während der Weltreise vorstellt, dass sich ändern würde, dass sich das auch alles ändert. Es fällt immer sehr viel wieder zurück in den Standard. Aber was auf jeden Fall sich geändert hat, ist meine Sicht auf Obdachlose, auf Menschen, die auf der Straße wohnen, die abhängig sind davon, Geld zu verdienen auf der Straße. Wir waren zwar nicht wirklich hundertprozentig abhängig, weil wir natürlich im größten Notfall einen Ausweg gehabt hätten. Aber selbst das reicht schon dann. Trotzdem reicht das Gefühl schon, das zu sehen. Und wenn man jetzt jemanden auf der Straße sitzen sieht, der Musik macht oder der eben selbst gebastelten Schmuck verkauft oder sowas, dann weiß man, kann man ungefähr einschätzen, wie der sich fühlen muss und wie froh der ist, wenn der mal einen Euro in die Hand gedrückt kriegt oder einen Fünf oder sowas. Kommt eigentlich von Ihnen beiden irgendwann ein Kochbuch? Ja. Weißbrot mit Tomatenmark und Banane und andere Köstlichkeiten? Nein. Also in der Tat, das Essen mit Tomatenmark hatten wir auch schon kalt. Richtig, richtig. Also für eine Kochshow wird es taugen. Ich glaube, die Geschichten, die Sie ansonsten erlebt haben, die kommen irgendwann zwischen zwei Buchdeckel. Und wir haben die Geschichte der Weltreise auch nochmal auf stern.tv.de für Sie, auch mit weiteren tollen Bildern dieser wirklich beeindruckenden Reise. Ich sage ganz, ganz dickes Dankeschön, dass wir alle dabei sein konnten bei diesem Experiment, bei diesem, ja, im Grunde eindrucksvollen Erlebnis. Danke und alles Gute für die weiteren Projekte. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ja, bleiben Sie sitzen gerne. Ich habe dann aber noch, Ihre Frau schaut hoffentlich nicht zu. Nein, nicht ein Geschenk für Frau. Ah, toll. Super. Danke. Hat niemand gesehen, Weihnachten ist gerettet. Tausend Dank. So, und nebenan wird übrigens bei uns gerade geprobt. Wir können kurz mal einen Blick werfen. Die Beutelspacher Fünflinge sind auch heute bei uns. Wie immer gibt es traditionelle Livemusik am Ende der Sendung. Und heute unter anderem mit unserem Zuschauer Gerald Baumann, der im Sommer erst eine Geige hier ersteigert hat bei der Kofferversteigung und dann mit Geigelernen angefangen hat. Heute ist er schon dabei auf der Bühne. Ich spiele auch mit. Das alles nachher. Und bis es soweit ist, sind Sie zu Hause dran. Auch aus Tradition. Es ist das zweite Mal, dass wir auch Sie singen lassen. Aber das ist ja im Grunde schon eine Tradition vor drei Wochen. Und da haben wir Sie erneut aufgerufen. Bilden Sie mit uns zusammen den größten Weihnachtschor Deutschlands. Zu Hause, auf dem Weihnachtsmarkt oder auch hier im Stern-TV-Studio. Singen Sie alle gemeinsam. Und was dabei herausgekommen ist, meine Damen und Herren, das wird Sie zum Weinen bringen. Warum auch immer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.